Der hier ist Anti-Vogue, sie ist Pro-Vogue. Achso, ja, das steht auch da. Aber ich habe behauptet, ich kann es Ihnen an den Gesichtern ablesen, aber es steht tatsächlich auch da. Okay, gut, ich habe keine Superkräfte. Von wann ist das? Von vor einem Tag. Die Politik hat die Verantwortung, sich um Minderheiten zu kümmern und um Politik... Oh Gott, der Typ. Ah, der Typ, Alter. Wer lädt den die ganze Zeit ein? Nein, der hat so dieses Lied gemacht, wo er gerappt hat, so komplett peinlich. Oh mein Gott. Könnt ihr mir kurz das raussuchen, wo der Typ gerappt hat? Dieses ganz peinliche Scheiß-Lied, das er geantwortet. Könnt ihr mir das in die Reaction reinhauen? Und dann hat er einmal auf mich reaktet. Der hat eigentlich, das war in Sonneberg, CSD in Sonneberg. Ja, genau, diese Geschichte. Ja, Maurice, Konrad, ja, richtig. Und einmal hat er so auf mich... Was aus Harry Potter geworden ist. Ich wüsste, was aus Harry Potter geworden ist. Ja, sehr gut. Obwohl, der hat den Blitz nicht. Er hat sogar mal auf mich reagiert. Irgendwas habe ich mal geschrieben und er hat sich furchtbar aufgeregt. Der ist dann einfach vorbeigekommen und hat dann gesagt so... Aber ich weiß nicht, um was das ging. Ich kann mich nicht erinnern. Aber gut. Ah, das Video ist da. Das Video ist da. Danke. Danke, MT. Dankeschön. Es ist CSD in Sonneberg und die AfD empört. Überall ist Party, weil den Landrat unsere Party stört. Es ist Dürim und Ayran in der Thüringer Kleinstadt. Warum genderneutrale Toiletten vor den Rathauseingang? Es ist CSD in Sonneberg und die AfD empört. Überall ist Party, weil den Landrat unsere Party stört. Es ist Dürim und Ayran in der Thüringer Kleinstadt. Warum genderneutrale Toiletten vor den Rathauseingang? Ich habe eine Pride-Flag und einen Döner dabei. Mit extra scharfer Soße und der Döner schmeckt geil. Okay, okay. Das wird nicht besser. Also das wird einfach nicht besser. Deswegen müssen wir uns das jetzt nicht irgendwie länger anschauen. Das ist einfach nicht notwendig. Aber ihr wisst schon, Cringe-Core, glaube ich, heißt die Musik. Die heißt Körperverletzung. Diese Musik ist wirklich absurd. Du hast eher gesagt, Maurice ist they, them. Oh, okay, dann, sorry. Dann sie alle miteinander. Oder wie sage ich bei they, them? Was ist das Richtige dann? Maurice, ich sage einfach Maurice. Ja, Cringe-Core-Champion. Okay, ich will ihn ja nicht missgendern. Es geht doch nicht darum, ob es Minderheitenschutz gibt. Dafür sind wir alle. Es geht darum, ob... Bro, der ist schon wieder gekommen mit einem Bauchfrei-Shirt. Hey, Moment mal. Der ist auch dabei. Den kenne ich doch auch von irgendwoher. ... in Deutschland die großen Mehrheiten dominieren. Und das ist... Oh Mann, das wird eine gute Folge. Das wird eine gute Folge. Das ist das Gefühl, kein Fakt. Hey, schau, schau, schau. Der hat nur das eine. Ich schwere. Herzlich willkommen zu 13 Fragen. Wir starten direkt mit unserem... Christoph Bloß, aber was macht der? Woher kenne ich den? Du bist ja bei der CDU oder was? Ja, 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 okay. Konfliktfrage und zwar... Macht Wokeness unsere Gesellschaft gerechter? Wenn ihr sagt... Nein. Ja, im Grunde schon, ja. Dann geht ihr jetzt aufs grüne Feld und wenn ihr sagt, da bin ich mir nicht so richtig sicher, dann geht ihr jetzt aufs gelbe Feld. Weiß nicht. Wenn ich so damals rausgegangen wäre mit diesem Bauchfrei-T-Shirt, vor allem das schaut so lächerlich aus, wenn ich so rausgegangen wäre, da hätte meine Mutter gesagt, du verkühlst dir die Nieren. Und sie hätte recht gehabt damit. Egal, ob es ums Klima-Diversity... Wer ist, seid ihr T-Shirt, sind wir bei 90 Grad. They-them-wescht. Und they-them-s-T-Shirts bei 90 Grad. Oder das Gender-Sternchen geht, was in einen viel zu vogue, also irgendwie zu feministisch, zu queer, zu divers oder einfach zu politisch korrekt ist, ist für die anderen ein notwendiger Beitrag, um unsere Gesellschaft gerechter zu gestalten. Das ist, das hat gefehlt bei, kennst du diese Szene bei Fight Club, wo er so auf die Veranda kommt und die haben sich da alle aufgehört und er sagt, du, du bist zu fett und du, du, du bist zu blond und du bist zu alt und Dings. Da hat noch gefehlt eben so, du bist zu divers oder was auch immer. Und obwohl Vogue ursprünglich ein Bewusstsein für Ungerechtigkeiten meinte, ist es heute zu einem politischen Kampfbegriff geworden und richtet sich gegen alles, was, ja, gegen was eigentlich? Und wer kämpft dann wiederum dagegen? Ihr merkt, heute geht's ums große Ganze und vielleicht schaffen wir es ja, das ein oder andere Missverständnis, Klischee oder sogar Vorurteil aus dem Weg zu räumen. Ich bin wirklich sehr gespannt, ob wir es schaffen, dass diese beiden Lager sich heute ein bisschen annähern. Was würdet ihr denn sagen? Grün für klar macht Vogue das unsere Gesellschaft gerechter oder Gelb für nee, nicht wirklich? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ich glaube, es wäre besser für die Abbildung der politischen Positionen und die gesellschaftlichen Dings, das in Grün und Blau zu teilen und nicht Gelb. Weil Grün und Gelb ist Grüne und FDP und die haben praktisch mehr oder weniger bei solchen Fragen die gleiche Position. Es würde mehr Sinn machen, da Blau zu machen, weil die gesamte deutsche Gesellschaft wird sich genau in der Mitte durchspalten in Blau und Grün. Die Grünen werden die Demokraten, die Blauen werden die Republikaner und los geht's. Du hast einfach nur noch zwei Parteien in Deutschland und die hauen sich gegenseitig alles um die Ohren. Vielleicht fangen wir einmal mit dir an. Wenn du von Woken Menschen sprichst oder wenn du von Woken sprichst, wie meinst du eigentlich damit? Das ist eine gute Frage, denn deswegen vermeide ich diesen Begriff oder habe ihn. Können wir bitte dieses nur noch AfD einfach zu einem Top-Meme machen? Lange Zeit großräumig vermieden, denn auch mir ist nicht ganz klar, was da alles drinsteckt. Wenn man sich inhaltlich annähert, kann man eigentlich so für sich zunächst denken, dass es um eine gute Sache geht, also um Themen, die erstmal positiv besetzt sind, also Klimaschutz, sich gegen Rassismus und Sexismus Ich habe extra hier Untertitel gemacht, damit ihr die Wokis versteht, weil die sind schon sehr, ja. Danke, Laura Silent. Dankeschön. Gegen all das ist überhaupt nichts einzuwenden und würde ich auch jederzeit befürworten und unterstützen. Für mich verläuft die Grenze nur da, wo es anfängt, dass man andere Menschen etwas aufoktroyiert oder sie sogar in Schubladen einordnet. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es in der letzten Zeit, in den letzten Jahren ein bisschen gekippt ist, dahingehend, dass es so ein Gut und Böse gibt, dass alle, die Vogue sind, quasi auf der guten Seite stehen und all die, die diese Erkenntnis noch nicht gewonnen haben, jetzt in Anführungszeichen, eben in diese Schublade gepackt werden, dass sie im schlimmsten Fall Rassisten sind, Sexisten sind und so weiter. Hast du vielleicht einmal zu Beginn ein Beispiel, wo du sagen würdest, hier wurde komplett übertrieben, dass es mir passiert? Ja, tatsächlich, aus meiner ganz persönlichen Erfahrung heraus hatte ich ein Moderatoren-Casting, was gar nicht lange her ist und da wurde mir im Nachhinein gesagt, Caro, gut gemacht, stabile Leistung und Telegel, alles in Ordnung, aber du bist leider nicht divers genug. Wo ich dachte so, hey, bin ich jetzt als weiße, heterosexuelle Frau, als junge Frau, habe ich jetzt deswegen schlechtere Chancen, obwohl ich eine gute Leistung erbracht habe und das wäre für mich ein ganz konkreter Punkt aus meiner ganz persönlichen Erfahrung heraus, wo ich finde, da muss man drüber sprechen. Susanne, du bist gerade einen Schritt nach hinten gegangen, warum? Ja, ich... Weil ich finde, dass diese Cis-Heter einfach nur scheiße labert. Ich finde es interessant, was du sagst, ich verstehe das auch, dass dich das frustriert. Ja, genau, jetzt spalten die sich auf der Linken, das heißt, ich finde es ganz interessant, was du sagst, na, da muss ich zurückgehen, also interessant finde ich da gar nichts, steckt hier unter einer Decke, ist das einfach so eine Sache, macht es hier jetzt Querfront, die spalten sich einfach so auf der grünen Seite selbst noch, bevor sie irgendwas gesagt haben. wenn du einen Job nicht bekommst, wenn du einen Job nicht bekommst und gut warst, den Punkt verstehe ich. Ich bin älter als du, ich bin Mitte 50 und kam als Frau, als Journalistin fast in eine reine Männerwelt und war letztlich auch darauf angewiesen, dass das begrüßt wird, dass Frauen auch ein bisschen mehr mitmachen dürfen. Und deswegen habe ich, eben, weil es mir noch so in den Knochen steckt, eigentlich eher die Haltung, gut, wenn wir gemischt sind, wenn wir unterschiedlich sind, dann wird es dem Team helfen und dann ist es vielleicht in dem Moment nicht so schlimm, wenn ich nicht bevorzugt werde. Es ist aufs Ganze gesehen ein wichtiger Schritt, den wir da machen müssen. Ich finde, was man lernen kann, ist auch die eigenen Privilegien zu reflektieren und das ist ja ein Kerngedanke der Hocken Bewegung. Die hat sich so diese, kennt ihr diese Eier, ich kenne das nur so aus amerikanischen Filmen, die sie so in den Bars haben, wo sie so diese ganzen Eier so im Saft haben, also in irgendeiner Flüssigkeit, ich weiß nicht, was das ist. Sowas hat sie da um den Hals, habe ich das Gefühl. Und ja, die Kernfrage, die uns zu Gerechtigkeit führt, was braucht der andere? Solleier? Okay, ihr kennt Wörter. Was brauche ich? Wie schafft man einen Ausgleich? Das ist eine Marge-Simpson-Kette. Aber irgendeine komische. Es hat irgendwas, irgendwas Perverses hat das, aber ich weiß nicht was. Was kann ich vielleicht auch abgeben? Ich verstehe total, was du sagst und ich kann nur sagen, ich gehe jetzt keinen Schritt zurück, ich bleibe jetzt da stehen, wo ich bin, weil ich das Argument ja auch annehme. Aber sorry, ich fühle es gar nicht. Also ich fühle es überhaupt nicht, dass man mir sagt, Allein wie sie da steht? Aber sorry, ich fühle es gar nicht. Also ich achte sehr viel auf Körpersprache. Ich bin wahnsinnig, wenn es um Körpersprache geht. Schau mal, wie sie diesen Daumen da raushält aus ihrer Jacke. Und ich glaube, sie hält den Daumen aus der Jacke, weil ihre ganze Hand nicht einfach in diese Tasche passt. Aber das hat auch irgendwas so Bedrohliches mit diesem Ding, der da draußen ist. Das hat so irgendein, ich weiß nicht, das löst so ein ganz komisches Gefühl aus. Überhaupt nicht, dass man mir sagt, zugunsten eines, was heißt auch gemischt. Ich meine, ich trage ja jetzt nichts dazu bei, dass irgendwas nicht gemischt ist, sondern mir geht es ja um meine Leistung und um meine Leidenschaft, die ich gerne im Job ausleben möchte. Und ich finde es dann sehr, sehr schwierig, wenn man mir sagt, aufgrund von äußeren Merkmalen passt du hier nicht rein. Die Götte besteht aus den Hoden ihrer besiegten weißen Heterozies-Feinde. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, wir sind auch gesellschaftlich an Punkten, wo wir sozusagen über unser individuelles Bedürfnis hinausschauen müssen. Der Punkt ist ja richtig, dass wir Ungerechtigkeiten abbauen müssen. Ich glaube, keiner hier in der Runde würde jetzt sagen, ja, wir wollen eine ungerechte Gesellschaft oder wir wollen ungerechte... Bro, du bist bei der CDU, natürlich wollt ihr eine ungerechte Gesellschaft. Komm schon, gib es doch zu, was ist los mit euch? Strukturen akzeptieren. Deswegen, da sind wir uns alle einig. Die Frage ist jetzt, wie schaffen wir das am besten? Wenn wir jetzt anfangen, die Menschen aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Hautfarbe, ihrer sexuellen Orientierung oder Religion in gewisse Schubladen zu stecken, dann bedeutet das nicht eine gerechtere Gesellschaft, sondern dann führt das zu mehr Ungerechtigkeiten. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, es gibt zu wenig Menschen mit Migrationshintergrund. Das ist eine wichtige Debatte und dann können wir gucken, wie können wir das schaffen, dass mehr Menschen mit Migrationshintergrund in Ämter kommen. Wenn man jetzt aber sagt... Tschüss, da siehst du jetzt, jetzt fängt Kasper schon an zu schreien. Ja, genau, der große Ost-Ausschützer in der rechtsextreme Verschwörungstheorie. Damit wir das erreichen, dürfen sich nur noch Menschen mit Migrationshintergrund bewerben, alle anderen nicht mehr. Dann schließe ich damit, dann schließe ich damit diese Menschen aus. Die Party ist vorbei, ja. Wenn wir das mal auf die Politik übertragen, weil wir da ja auch viel über Quoten diskutieren und es ja sogar Bestrebungen gibt, dass in Zukunft die Parlamente nach gewissen Diversitätsrichtlinien aufgestellt werden sollen. Wenn das jetzt bedeuten... Ist dir aufgefallen, dass zwei Leute auf der Kontra-Seite in der CDU sind? Nein, wer ist noch in der CDU von denen? ...würde, ich wäre zum Beispiel für die weißen, heterosexuellen Männer aus Norddeutschland zuständig. So, dann würde ich nur noch für diese Gruppierung etwas tun, weil ich sage... Es gibt Leute, die finden diesen Maurice ja, wie soll ich sagen, spannend und finden ihn cool und so und ein Vorbild. Dank dieser Gruppierung bin ich ja im Deutschen Bundestag oder im Parlament. Ich sehe mich aber als Bundestagsabgeordneter nicht in der Rolle, dass ich für eine Gruppierung etwas im Parlament mache, sondern dass ich mich in ganz viele unterschiedliche Personen hineinversetze. Also Christoph sagt, er hat das Gefühl, dass durch Vokeness, die eigentlich eine Welt gerechter machen will, die Welt ungerechter wird und dadurch mehr Diskriminierung stattfindet. Es geht bei Quoten oder auch bei Diversitätsregelungen nicht darum, dass man eine Gruppe repräsentiert. Das ist übrigens auch verfassungsrechtlich in Deutschland überhaupt nicht möglich, den Bundestag nach einer... Sagen wir mal, diese ganzen Bänder, die er um den Arm trägt da. Ist das irgendwie so... Legt er die extra an, wenn er in so ein Studio geht, damit alle denken, dass der eigentlich jung und hip ist, obwohl eigentlich, wenn man ihn sein Gesicht anschaut, ist es sicher... Okay, Maurice, das Gesicht, ich kann nicht, ich weiß nicht, wie man Day-Dem verwendet, okay, ich habe keine fucking Ahnung. Man möge mir verzeihen, ich weiß es nicht. auf jeden Fall wirkt Maurice hier, als wäre Maurice 40 und tut einen auf 14. Weißt du? Philipp Amthors Bruder, der verlorene Bruder von Philipp Amthor, der auf die andere Seite gewechselt ist. Der woke Philipp Amthor, ja, ja, so, total, total. Und ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. ...repräsentiert. Das ist übrigens auch verfassungsrechtlich in Deutschland überhaupt nicht möglich, den Bundestag nach einer MigrantInnen oder Queer-Quote zu ordnen. Insofern ist das eine Scheindebatte. An der Stelle, tut mir leid, aber es ist eine Scheindebatte, das sozusagen in den Raum... Weißt du, genau. Und diese ganzen Bändchen, die er hat, legt er die einfach so an wie ein Accessoire, um zu sagen, hey, schau, wie hip und jung ich bin. Und dann, wenn er nach Hause kommt, sieht er die wieder aus. Und... Ja, dann... Was dann? Dann hat er die nicht mehr. Oder lebt er mit denen schon seit drei Jahren und die haben sich schon mit der Haut verbunden irgendwie und... Ja, Milhouse. Das würde jetzt passieren. Und ich glaube, die zentrale Frage, die Christoph hier aufgemacht hat... Ja, auch dieser Mittelscheitl einfach. Was, 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 was? Die Frage nach, inwieweit Quoten sozusagen in der Lage sind, Gerechtigkeit zu erzeugen. Und ich glaube, wenn man das isoliert betrachtet und sagt, jeder ist seines Glückes Schmied und es gibt keine gesellschaftlichen und systemischen Machtverhältnisse, die darauf einwirken, ob ich individuell in der Lage bin, Jobs oder SprecherInnen oder Machtpositionen zu bekommen, dann könnte man sagen, ja, da ist jegliche Einwirkung sozusagen ungerecht. Aber auch die CDU hat ja sich am Ende doch auch für eine Frauenquote entschieden. Boah, was die für ein Scheiß labern. Weil es offensichtlich auch in der CDU die Erfahrung von Frauen gibt, die sagt, wir haben in dem Machtverhältnis dieser patriarchalen Gesellschaft nicht die gleichen Möglichkeiten, in diese Position zu kommen und deshalb braucht es ein Korrektiv. Und es ist wichtig, darüber zu streiten, was man dabei macht, aber das grundsätzlich sozusagen zu diskreditieren, halte ich für fatal. Achso, stimmt, der hat mich damals angekackt, wo ich, ja, Maurice, fuck, ich weiß nicht, hat mich damals angekackt, wo ich gesagt habe, dass man diese ganzen Pseudos, die heute einen auf harter Linker tun, wenn die in den Park gehen würden, zu normalen Leuten, die im Park sind, die auf der Straße sind, da würde man sie instant in die fucking Mülltonne stecken. Das habe ich gesagt und da hat er sich extrem aufgeregt, da hat er gesagt, uh, ja, der glaubt, dass der einfach ganz cool ist, weil der Menschen in die Mülltonne steckt, hat sich so angesprochen gefühlt von dem, was ich gesagt habe, hat sich so erwischt gefühlt, ja, kann ich nachvollziehen. ...ich im Zweifel als Vogue bezeichnen, weil ich unter dem Begriff Vogue in erster Linie die Sensibilität gegenüber gesellschaftlichen Diskriminierungen... Ja, dann komm Park, wenn du nicht glaubst, dass ich recht habe, ja. ...Kriminierungen und Missständen verstehe und ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung für eine freiheitliche Gesellschaft. Wenn wir nochmal auf die rein lexikalische Bedeutung zurückkommen, die hatten wir, glaube ich, noch gar nicht, dass man es übersetzt mit wachsam sein für ungerecht... Ja, Männer mit Bauchfett fühlen sich durch Konrads Bauchausschnitt diskriminiert, absolut Fettschämung, direkt oder indirekt. ...Richtigkeiten. Da würde ich... Ja, er sollst du mal durch Neukölln laufen, ja, ja. ...Argen als Staatsbürger... Ja, ja, oder einfach in dem Park, meine ich ja. ...habe ich eine Verantwortung, ich habe mich dem Grundgesetz, ähm, ähm, also bin dem verpflichtet letztlich. Und da geht es ja in Artikel 1 um die Menschenwürde. Also ich lese gerne die Bücher von Hasnain Kazim, äh, ich erinnere mich an irgendeine Passage, die beginnt, ähm, im alten Land, wo du aufgewachsen bist, in einem evangelischen Milieu. Also deswegen projiziere ich jetzt mal diese Gegenfrage auch auf dich. Was ist denn eigentlich daran, nicht konservativ woke zu sein? Also, äh, mir geht es gar nicht um den Begriff woke. Wachsam zu sein, finde ich in Ordnung, äh, natürlich immer gegen Diskriminierung aufzupassen, aber, äh, ich bin in einem Dorf groß geworden in Norddeutschland, Holland-Thielenfeld, konservativ als eines von wenigen Ausländerkindern, ja, also es ist erkennbar. Und ich habe es immer gelernt und bin immer noch der Auffassung, dass es wichtig ist, dass in einem gesellschaftlichen Miteinander, in einer Demokratie keine Rolle spielen sollte, welche Hautfarbe du hast, welche Religion du hast, welchen Namen du hast, welche Herkunft du hast, und so weiter und so fort. Jetzt kommt aber als Lösung nicht nur, dass das alles eine Rolle spielt, sondern zusätzlich kommt noch hinzu, welches Geschlecht habe ich, welche sexuelle Orientierung habe ich und so weiter. Das finde ich absurd. Heute ist es immer mehr wichtig, welche Identität man hat, ja, nicht mehr nur Religion und Herkunft, sondern selbst Geschlecht. Ich bin ein heteronormativer... ...würden wir gerne die Frage stellen, warum wir mehr Quere, Pock oder sonst welche Personen in irgendwelchen Posten brauchen und was der Nutzen der gesamten Gesellschaft davon wäre. Beste Frage, absolut beste Frage. Das ist eine wirklich gute Frage, weil was, äh, ja, was, was, was bekommt man dabei raus? Ja. Es ist ja so, weil aus welchem Grund bevorzugen wir irgendwen, egal ob welche Hautfarbe oder irgendwas, oder warum geben wir überhaupt, dass wir einfach sagen, so, ja, keine Ahnung, wir haben jetzt hier ein Fußballteam, ja, das sollten wir irgendwie nach Hautfarben aufteilen, dass es gleichmäßig verteilt ist. Was ist das für eine Regel? Irgendwie, es hat, es hat was so Rassistisches für mich. Ja. Das ist Mann, der aber weiß gelesen wird wegen seiner Machtposition, seiner angeblichen, das finde ich furchtbar, dass so viele Etiketten an einem dran kleben. Ja, ja. Und deswegen möchte ich schon, dass wir darüber reden und streiten. Wann ist dir das... Ja, ja, absolut, absolut korrekt, sehe ich auch so, ja. Was ist denn mal passiert, dass du von einer woken Person das Gefühl hattest, abgestempelt worden zu sein, vorverurteilt worden zu sein? Da müsste ich lange drüber nachdenken, welches Beispiel ich rausgreifen soll. Auf Twitter, Facebook, in den sozialen Medien passiert das permanent, weil man gesagt hat... Nimm mal ein Beispiel. Also ein Beispiel ist, was ich immer sehr gerne mache, ist, oder bringe, weil das das Problem eigentlich auf den Punkt bringt. Ich bin in einer Schule, wo ich über Rassismus geredet habe, von Schülern, von einem Schüler gefragt worden, weil ich redete die ganze Zeit über das N-Wort. Der meldete sich, ein 13-Jähriger, und fragte, Herr Kasim, Herr Kasim, darf ich mal eine Frage stellen, was meinen Sie eigentlich mit N-Wort? Neoliberalismus. Jetzt stand ich da. Was mache ich jetzt? Spreche ich es aus? Tanze ich es vor? Was mache ich? Ich habe es in dem Moment ausgesprochen, ich war ja eh dabei, es einzuordnen, und habe gesagt, das Beste wäre, die gesamte Gesellschaft wäre so wie du, dass man es gar nicht mehr weiß. Also lasst uns sinnvoll NATO über Sprache reden, wir nutzen das nicht mehr. Aber allein das Aussprechen jetzt in dem Moment sehe ich nicht als problematisch nackt. Ich habe das so, wie ich es jetzt gerade erzähle, in einem Artikel geschrieben und bin rund gemacht worden. Ich wäre einer, der mit dem N-Wort kein Problem hat, ich wäre ein Rassist. So weit ging das eben. Das finde ich absurd. Genauso wie ich die Oma in irgendeinem Dorf, die nicht schockt. Beurteile Menschen nur aufgrund ihrer Hutfarbe. Aluhut gleich gut. Alles andere gleich schimmel. Das finde ich absurd. Genauso wie ich die Oma in irgendeinem Dorf, die nicht schockt oder schaumkuss sagt, das ist keine Rassistin, sondern das ist eine Frau, die einfach... Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Ist der Nasenring unangenehm mittlerweile oder was los? Ich besser weiß und man kann sie auch darauf hinweisen, man kann aber auch sagen, hier rein, da raus, ist es okay. Also das heißt, wenn wir bei deinem persönlichen Erfahrung bleiben, du hast mittlerweile den Eindruck, dass es eine Gruppe von Personen gibt, die dich zum Beispiel fälschlicherweise als Rassisten abstempelt, obwohl das nicht so ist. Es breit an mir ab, aber das ist der Fall. Kannst du dieses Gefühl von Hasna Ihnen nachvollziehen, dass es gerade eine große Gruppe von Menschen gibt? Ja, ja, das ist die gleiche Gruppe, die zum Beispiel auch sagt, dass ich ein deutscher Nationalist bin, obwohl ich gar nicht in Deutschland lebe und gar nicht aus Deutschland komme und auch kein Nationalist bin. Es hat zumindest eine sehr laute Gruppe von Menschen gibt, die andere Menschen schnell als Rassisten vorverurteilt. Also ich kann ja gar nicht dagegen argumentieren, das ist passiert wahrscheinlich. Ich glaube aber nicht, dass das eine speziell woke Verhaltensweise ist, sondern eine allgemeine Dynamik auf Social Media. Das heißt, ich könnte ja auch, also ich kann auch viele Geschichten davon erzählen, wie ich übelst beschimpft werde, oft missverstanden werde, dass mich halt Leute irgendwie als anti-weiße Rassistin, als was weiß ich was, Diffamierendes beschimpfen, weil sie einen Satz lesen oder weil sie bestimmte Dinge aus dem Kontext ziehen und so weiter und dann verselbstständigt sich das. Das ist unglaublich hart auszuhalten. Was ich damit sagen möchte, ist, dass ich es ungerecht finde, diese Dynamik, dieses absolut missverstanden zu werden und irgendwie als was bezeichnet zu werden, was man nicht ist und auch diffamiert zu werden, mit der Woken-Bewegung gleichzusetzen und mit den Zielen gleichzusetzen, die Woke-Bewegungen haben. Auch innerhalb Ja, deswegen gibt es Pseudo-Woke. Der Woken-Bewegungen gibt es unterschiedliche Auffassungen davon, was jetzt wirklich zu mehr Gerechtigkeit führt und was nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass gerade Woke- Ja, aber es gibt ja nicht nur Leute, die zu etwas Besserem führen wollen. Es gibt ja uroh viele Leute in eurer Bewegung, die ja nicht mal eine Bewegung ist, sondern es ist eher ein rückwärtsgewandter Stillstand. Es gibt ja da genug Leute, die das Ganze einfach nur mitmachen, weil sie sich dadurch profilieren wollen. Die einfach sagen wollen, nö, schau mich an, ich bin so ein guter Mensch, ich kümmere mich ja um die Schwachen und blablabla und aber in Wirklichkeit sind das so die ärgsten Wichser, die existieren auf diesem Planeten. So die verdorbensten Scheiß-Kreaturen. Ja, die gibt es auch und solange ihr die nicht outkohlt, kann man euch nicht ernst nehmen, weil man euch nicht unterscheiden kann. Wokeness, auch der Begriff Wokeness ziemlich zum... Oder Leute, die einfach jemanden anderen, den sie nicht mögen, einfach fertig machen wollen, weil sie einfach, ja, die Mittel ziehen, dass sie ihnen plötzlich unterstellen, ja, wer rechts oder dies oder das oder als würde er etwas gegen Minderheiten haben, als wäre er behindertenfeindlich, als wäre er dies, das, blablabla, einfach nur aus persönlichen Gründen, weil sie jemanden fertig machen wollen, ja, so... Wahlkampfthema wird von eher rechten oder konservativen Parteien, dass das quasi unser Hauptproblem in unserer Gesellschaft ist und dass auch der Ursprung wäre, woher die ganzen Streits und die ganze Spalterei kommt. und ich glaube, das ist total falsch. Also ich habe jetzt diese Beispiele genannt, weil wir hier... Moment, 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 wer, von wo kommt was? Wahlkampfthema wird von eher rechten oder konservativen Parteien, dass das quasi unser Hauptproblem in unserer Gesellschaft ist und dass auch der Ursprung wäre, woher die ganzen Streits und die ganze Spalterei kommt. Und ich glaube, das ist total falsch. Also ich habe jetzt diese Beispiele genannt, weil wir hier viele Leute haben, die sehr aktiv sind dort und weil wir uns heutzutage gerade in der Medienwelt viel in den sozialen Medien bewegen. Aber das ist ja eine Bewegung, wenn Schauspieler bestimmte Dinge nicht spielen dürfen, bestimmte Rollen nicht spielen dürfen, wenn Bücher verschwinden, wenn es heißt, man braucht Warnhinweise vor irgendwelchen Sendungen, bestimmte Witze müssten vorher irgendwie das... Oh, Vorsicht, Triggerwarnung. Das sind ja alles Dinge, die passieren im realen Leben. Das ist ja nicht... Ja, aber Schauspieler dürfen einfach gewisse Rollen nicht spielen, weil sie nicht diese Rollen sind, aber dann an anderer Stelle kann einfach zum Beispiel ein Wikinger aus dem 14. Jahrhundert von einer schwarzen Frau gespielt werden. Das ist kein Problem. Letztens gab es ja diesen Vorfall, wo der eine Typ sein Didgeridoo spielen wollte und dann hat man einfach... Also der Didgeridoo, dem hat man dann verboten, sein Didgeridoo zu spielen. Er hat gesagt, wir wollen dich hier nicht haben, das ist kulturelle Aneignung verpisslich. Das ist krank, sowas. Sowas ist krank, weil wo hört das auf? Was dürfen wir dann auch? Hip-Hop? Rock dürfen wir dann auch nicht, weil das kommt eigentlich von Blues. Blues dürfen wir sowieso nicht. Jazz sollten wir dann auch nicht spielen. Und ja, okay, aber dann brauchen wir gar keine Musik mehr. Dann im Endeffekt was? Dürfen wir? Darf ich Banjo spielen? Banjo darf ich auch nicht spielen, weil das kommt eigentlich aus Amerika von diesen White-Trash-Leuten. Was soll ich machen, Mann? Nur Marschmusik, Digga. Schlager- und Marschmusik. Das könnt ihr ja spielen in Deutschland und ich kann einfach diese Jugo-Musik, diese Volksmusik... Ich kann nur das machen und ihr könnt es einfach nur fucking Schlager, Österreicher dürfen nur noch jodeln. Eminem darf natürlich nicht mehr rappen und ja, genau, so normal, oder? Nicht nur im Sozialen. Genau, weil es einfach Konsequenzen... Weil ich glaube, das sind... Das, was ich so ein bisschen an dieser Seite vermisse, ist zwar die Anerkennung von Ungerechtigkeiten und Diskriminierungen, aber keine anwendbaren Lösungen dazu. Was macht man jetzt in einer Lage, die so ohnehin schon, wie Maurice auch schon gesagt hat, schief ist? Also wie gleicht man das aus? Wenn man auf einer Schieflage aufbaut, dann kann eine Leistungsgesellschaft das nicht ausgleichen. Das heißt, wir brauchen halt irgendwo Anwendungen, wie zum Beispiel, wenn man das N-Wort konsequent, wenn man sich dafür ausspricht, dass das N-Wort nicht mehr vorkommt im Sprachgebrauch, dass man dann irgendwann mal Kinder hat, die überhaupt nicht mehr genau was dazu assoziieren. Das ist doch eigentlich ein Ergebnis der Walken-Bewegung. Na klar, aber ohne die... Ach so, habe ich mich überhaupt bei Jens bedankt. Danke für den 16. Dankeschön. ...diejenigen fertig zu machen, die es dann benutzen oder denen es dann rausrutscht. Das ist halt das Problem. Da hat sie dir ja zugestimmt. Kannst du das denn nachvollziehen, dass es für Alice problematisch ist, wenn alle Menschen über einen Kamm geschert werden und du zwar deine persönlichen Erfahrungen erzählst, aber sagst, das ist die woke-Bewegung? Das sage ich ja nicht. Ich sage nicht, das ist die woke-Bewegung. Es gibt den harten Kern, der sehr radikale Forderungen hat. Das liegt an der woke-Niss. Und dann gibt es Menschen, dass Menschen... Ich habe das Gefühl, dass ganz viele Menschen einfach nur dem folgen, weil sie glauben, ja, da ist... Und was alles sagt, dass hier eine Stieflage... Wo ist mein Döner? 50 Euro, sagt Alex O'King. Wo ist mein Döner? Danke vielmals. Dickes Herz hier an dich. Danke für den Support. Alex O'King, Dankeschön. Vorbei an Bezos in meinem Ausschnitt. Direkt unter die Titte. Danke, Brudi. Vielen Dank für den großzügigen Support heute. Dankeschön. Danke, danke, danke. Vielen, vielen Dank. Wo der Döner ist, weiß ich nicht. Ich habe schon sehr lange keinen Döner mehr gegessen. Ich habe sicher seit zehn Jahren keinen Döner mehr gegessen. Also von dem her, vielen Dank. Dankeschön. Wir haben, dass bestimmte Menschen nicht zum Zuge kommen, nicht repräsentiert sind, keine Jobs bekommen, keine Wohnung bekommen. Ich glaube, das ist schon so. Ich glaube, wir sind uns doch alle einig, dass wir Ungerechtigkeit nicht akzeptieren wollen. Und dort, wo strukturelle Diskriminierung gibt, müssen wir die beseitigen. Also das ist ja nicht so, dass jetzt die einen das toll finden und die anderen nicht. Aber wenn wir jetzt sagen, die Antwort ist wiederum immer mehr Diversitätsrichtlinien oder wir stellen auf nach gewissen Faktoren, die wir im Übrigen ja immer weiterdrehen können, dann bedeutet das wiederum, dass es neue Ungerechtigkeiten und strukturelle Diskriminierung gibt. Es ist fast so, als würde diese ganze Scheiße mit den Quoten eigentlich nur verschleiern, dass diese ganze Gesellschaft eigentlich in Wirklichkeit komplett gefickt und ungerecht ist. Und jetzt kommt einfach irgendwer hin und sagt einfach so, ja, was machen wir nun? Irgendwie alles ist hier ungerecht und alles ist scheiße. Naja, wir könnten uns irgendwie darüber beschweren, dass es Menschen gibt, die praktisch nichts zu essen haben. Irgendwie so 4 Milliarden Menschen haben nicht genug zu essen, während so Einzelne besitzen mehr als diese gesamte Weltbevölkerung. Also so 8 Leute besitzen mehr als 50% der Welt. Ja, 8 Leute besitzen mehr als 4 Milliarden. So, da könnte vielleicht was daran liegen, dass da draußen alles irgendwie seltsam ist und komisch ist und nicht funktioniert. Ach was, nein. Schau, wir machen das einfach so. 50% Frauen. Aber es gibt doch Transpersonen. Oh. 30% Transpersonen, 30% Männer, 30% Frauen. Und wie wäre es damit? Das ist nicht unser Problem. Das Problem ist nicht das. Das Problem ist einfach, dass wir in einem System leben, das einfach Menschen knechtet und ausbeutet. Und dann kommen irgendwelche Leute hin und sagen einfach so, ja, ich werde nicht genug ausgebeutet und profitiere nicht genug. Wieso darf der profitieren? Liegt das an der Hautfarbe? Ich weiß nicht, ob das an der Hautfarbe liegt. Ich glaube, es liegt einfach an diesem ganzen Scheißsystem, das einfach nicht funktioniert und dumm ist. Aber was weiß ich. Du musst an der Stelle nochmal was zu dem Thema soziale Netzwerke sagen, weil da muss ich alles einfach zustimmen. Ich glaube, man kann den Begriff Wokeness und das ist nur mal die Frage, schadet Wokeness der Gesellschaft? Also wir müssen Wokeness schon auf irgendeiner gesellschaftlichen Ebene diskutieren und nicht nur in... Haben die Wokeness schon definiert jemals eigentlich? Weil was ist Wokeness, schadet Wokeness? Nein, Leute wie du schaden dieser Gesellschaft, meiner Meinung nach. Nicht Wokeness. Leute, die Wokeness anderen aufdrängen wollen und andere einfach und sich selber moralisch erheben mit Hilfe dieser Wokeness. Die sind einfach ein Problem für mich. Nicht Wokeness an sich. Wokeness an sich ist nicht... Was ist Wokeness an sich? Was bedeutet das? Einfach aware zu sein, dass gewisse Menschen unterdrückt werden. Ja gut, aber geht diese Wokeness auch dorthin? Zum Beispiel, worüber wir letztens geredet haben, dass es auch Rassismus gegen Weiße gibt zum Beispiel? Schafft das Erwachtsein auch solche Sachen anzuerkennen und zu sagen, so etwas existiert auch? Nein, da plötzlich hört es auf. Das ist nur ein Beispiel. Das ist nur ein Beispiel. Oder wenn man sagt, scheiß Cis reden. Ist das dann Sexismus? Ja gut, ja. Ja, weil schau, es ist schon klar, dass sich Akademiker damit beschäftigen, weil die sind die, die die Gegebenheiten und die Gesetzlichkeiten in einer Gesellschaft bedenken und nochmal überdenken und dann sich überlegen, können wir das nicht besser machen? Das sind halt Akademiker. Das wird halt nicht irgendwer machen, der sich grundsätzlich mit solchen Dingen nicht beschäftigt, sondern der, keine Ahnung, eher sich da interessiert, Fußball spielen zu gehen und Playstation zocken und fortgehen mit Freunden und das war es dann auch. Also es sind eher diese Leute, die ihr Leben in der Bücherei verbringen, die sich dann damit auseinandersetzen oder die Philosophie studieren oder irgendein Scheiß. Und ja, das ist schon okay. Das ist schon okay. Das kann man machen. Das kann man schon machen. Aber wohin das halt sich entwickelt, ist halt immer problematisch. Das ist das Problem. Genau. Aber was ich vorher sagen wollte, so diese Wokenis geht auch nicht dorthin, dass wenn irgendwelche Leute sagen, Scheiß-Cis-Heten, dass das dann als Sexismus gewertet wird. Dort geht die Wokenis auch nicht hin. Und ich finde das einfach scheiße. Ich finde das einfach nicht korrekt. Das ist einfach nicht korrekt. Wenn jemand kommt und sagt, Männer sind einfach voll verblödet, hatten wir ja letztens als Beispiel, von einer Content-Kreatorin, hat er gesagt, Männer sind voll blöd oder so, Männer sind voll scheiße oder keine Ahnung. Das ist Sexismus, Alter. Das ist klarer Sexismus. Worüber reden wir? Nein, aber Wokenis geht dort nicht. Nein, das kann kein Sexismus sein. Oder alter weißer Mann oder irgendein Scheiß. Das ist eigentlich nicht okay. Eigentlich ist das nicht okay, so zu reden und Menschen auszuschließen und einfach zu sagen, ja, schau, du bist ein cis-hetero-weißer-alter Mann, du hast hier gar nichts zu sagen, du hast nichts zu melden, du darfst nicht mitreden. Finde ich nicht korrekt. Weil du, dein einziger Grund, warum ich nicht mitreden soll, ist einfach meine Hautfarbe und mein Alter. Oder mein Geschlecht. Oder meine sexuelle Präferenz. Inwiefern ist das nicht diskriminierend, bitte? Natürlich ist das diskriminierend. Aber da geht die Wokenis nicht hin. Und das ist einfach der Schaß. Das ist einfach, was man einfach nicht versteht. Und deswegen ist das einfach lächerlich als Konzept an sich, wie sie das verwenden. Weil sie einfach irgendwo, weil sie dann irgendwo einen Halt machen, noch bevor sie dort sind, dass sie wirklich für Gerechtigkeit und Gleichberechtigung sorgen. Das ist halt scheiße. Deswegen ist diese Wokenis, wie sie scheinbar nur missbraucht von Leuten, um sich besser dastehen zu lassen und gegen Mehrheit, zu kämpfen, zu denen sie selber gehören. Es ist einfach krank. Keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Der Madin, danke für den Zweiten. Vielen Dank. Danke für die Besos Besos. Danke, Alexo, für nochmal 10 Gegiftete. Dicke Herzen an dich. Danke für die großzügige Unterstützung heute. Dankeschön. Sagst du Gönjamin Donnerstag. Vielen, vielen Dank. Für den Gönjamin, danke vielmals. Vielen, vielen Dank. und danke an Saber Rider für die fünf Gegifteten. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Bitte bedankt euch bei Saber Rider, bedankt euch bei Alexa King für die Gegifteten und für den Erhalt des Kanals. Und danke, Ketech, danke für den Gegifteten. Vielen Dank. Danke, danke, danke. Heute Unterstützung ganz groß. Ich bin sehr, sehr, sehr dankbar. Vielen Dank euch für die großartige und großzügige Unterstützung. Dankeschön. Sozusagen Nischenerfahrungen. Das ist natürlich eine Grundlage, aber die Frage, was ist denn Volkness in dem gesellschaftlichen Sinne, da gibt es Mams Spaghetti, Memes Are Ready, Prole Left. Pommes are sweaty, Mams Spaghetti, Memes Are Ready, Prole Left. Danke, Cracking. Das ist eine Funktionsweise dieses Begriffes, wenn man ihn darf ich Cracking zu dir sagen als Kampfbegriff sieht und der hat ganz klar die Funktion, sämtliche soziale Bewegungen sozusagen zu beschreiben und zu sagen, die Versuche, wo du jetzt sagst, du möchtest ja auch mitmachen, die Versuche, Diskriminierungen und strukturelle Benachteiligungen zu diskutieren, sämtliche dieser Versuche sozusagen wegzuwischen. Das ist eine der Funktionsweisen, ich sage nicht, dass ihr das so benutzt persönlich, aber es ist eine der Funktionsweisen, die dieser Kampfbegriff Volk hat. Was sagt ihr denn? Habt ihr das Gefühl, dass es gerade viele konstruktive Debatten gibt, die wir führen oder dass es am Ende dann doch ganz oft um das eine Lager versus das andere Lager geht? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Caro, du bist gerade einen Schritt auf Maurice zugegangen. Warum? Ja, weil er damit hundertprozentig recht hat. Ich sehe das genauso wie Alice auch, dass Social Media unsere Debattenkultur komplett vergiftet hat. Komplett vergiftet. Die Memes, die ihr gemacht habt, sind einfach die sind einfach fucking geil. Die Memes sind wirklich super. Oh Bro, warte, die schauen wir uns nach. Ich zeige sie euch, ich zeige sie euch. Warte, warte, warte. Oh mein Gott, die sind echt lustig. Okay, die schauen wir uns nach der Reaction. Oh Mann, oh Mann. Warte, warte, machen wir das fertig zuerst. Oh Mann. Alles wird dramatisiert, alles wird überhüllt und ich finde, das hat einen ganz gehörigen Teil dazu beigetragen, dass wir heute in der Gesellschaft da sind, wo wir sind. Aber, ähm, letzte Woche Tagesschau haben sie eine Umfrage vorgestellt, eine aktuelle, ähm, wo es um das Vertrauen ging, was Menschen in Politik haben. Ähm, ganz klares Ergebnis, die Befragten, die haben ganz klar gesagt, wir haben das Gefühl, dass es nicht darum geht, was uns in unserem Leben, in unserem Alltag beschäftigt, sondern es geht um Randgruppen und somit Randthemen. Denn wenn man mal reingeht und schaut, das ist ja auch überhaupt, diese ganze Geredeüberwogenes und dieser ganze Schein, hey, überhaupt diese ganze, äh, so, so, so Thema Trans und so. Das betrifft ein Prozent der Gesellschaft. Und wir reden aber in so einem Ausmaß darüber, als würde es einfach 99,9 Prozent der Gesellschaft betreffen. Das ist einfach, das ist, ich weiß nicht, aber über solche Sachen wie 20 Prozent Kinderarmut, über solche Sachen wie, äh, keine Ahnung, Armut und, und, und Kapitalismus und Ausbeutung, über sowas darf es nicht geredet werden. Deswegen redet man ja so viel darüber, damit man nicht darüber redet. Was sind denn gerade die größten Sorgen der Menschen? Erstens die wirtschaftliche Lage, ja, also Stichwort Energie, können wir überhaupt noch unsere Rechnung bezahlen? Zweitens der Ukraine-Krieg, drittens der Aufstieg der AfD. So, das sind, das sind die drei größten Sorgen. Da ist kein Klima drin, da ist kein Mangel des Gerechtigkeitsempfindens drin, da ist kein, ich wünsche mir mehr Wokness drin. Dann müssen wir uns über die, Ja, ja, wir reden über die ein Prozent, damit wir nicht über die ein Prozent der Superreichen reden müssen. Ohne Scheiß. Zu allen Umfragegebnissen auch nicht wundern, die wir gerade haben. Ich sehe, ich meine, ich wünsche natürlich selbstverständlich, auch wenn sie ein Prozent sind, die Transpersonen, ich wünsche ihnen natürlich Gleichberechtigung, Freiheit und alles. Ja, nur was ist mit den anderen Themen, die einfach viel zu kurz kommen? Ja, persönlich einen großen Zusammenhang. Ich finde es auf jeden Fall interessant, dass Menschen das Gefühl haben, dass sehr viel über die Interessen von Reichen, Brandgruppen gesprochen wird und nicht über die eigentlichen Themen und dennoch die Reaktion darauf zu sein scheint, genau in eine, sich an eine Partei... Siehst du, das ist auch so, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Gibt es auch irgendwas, was POC Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten? Gibt es auch sowas? Warum diese Trennung nach Dings? Ich verstehe nicht echt jetzt. So hängen die sehr... Und ich kann dir eine Sache sagen, wenn man einfach so sagt, irgendwie so Rassismus hin und her. Ich sage dir, es gibt also jemand, der seine ganze Kindheit verbracht hat, mit Ausländern, und unter Migranten. Ich kann euch eine Sache sagen. Es gibt Rassismus gegenüber Weißen. Es gibt Rassismus... Also wirklich, es gibt Menschen, die hassen einfach Weiße. Es gibt Menschen, die hassen Deutsche, Österreicher und so weiter. Die gibt es. Die gibt es. Das ist kein Witz. Die sind in meinen Augen genauso rassistisch. Ich verstehe nicht, warum diese Leute nicht rassistisch sein sollen. Ich check das nicht. Die sind für mich... Ich meine, mir ist es doch egal, ob ich jetzt einen Deutschen treffe oder einen Türken oder Jugo, nehmen wir Jugo, weil ich selber Jugo bin, und der Jugo sagt scheiß Deutscher oder der Deutsche sagt scheiß Jugo. Wo ist da der Unterschied, bitte? Also ich check da keinen Unterschied. Für mich ist das beides rassistisch. Ich sehe keinen Unterschied. Alleine der Titel des Buches sorgt dafür, dass niemand außerhalb ihrer Bubble dieses Buch lesen wird. Ja, ja, ja genau, wahrscheinlich wird außerhalb ihrer Bubble niemand dieses Buch, sondern es ist irgendwie so ein Erklärbärbuch wahrscheinlich für Erklärbärbuch für so Leute wie Maurice, ja, Leute, die schon eh sich denken, so, ich als weißer Mensch bin natürlich auf jeden Fall komplett rassistisch, ich weiß es nur nicht, weil jetzt muss ich dieses Buch lesen, um ein bisschen den letzten Winkel zu entdecken, was für rassistisch eigentlich in Wirklichkeit bin. Stark auch diese Randthemen attackiert und herausgreift. Also es ist auch hier eine Frage, eine Henne- oder Eilfrage, die hier, glaube ich, auch sehr lange diskutiert werden könnte, was zuerst da war. Also ich glaube nicht, dass die Woken-Bewegungen quasi den Rechtsruck verursachen. Und ich finde das, tut mir leid, ich sage nur, ich sage nur, ja, so etwas ist unglaublich. Was erwartest du, was passieren wird, wenn du einfach der Mehrheitsgesellschaft einfach sagst, ja, die Erlebnisse, die ihr habt, wenn jemand euch diskriminiert, die existieren nicht, weil ihr seid ja die Mehrheit. Was glaubst du, was du in einer Gesellschaft anrichten wirst? Wie sich diese Gesellschaft entwickeln wird? Das ist Wahnsinn. Ich glaube, dass die Woken-Bewegungen vor allen Dingen eine Reaktion auf den Rechts. Vor allem sie ist POC. Mit welchem Recht kommt sie und sagt, ja, was weiße Wissen oder was weiße Nichtwissen oder was auch immer? Stell dir vor, ich würde ein Buch schreiben und hinkommen und würde sagen, was POCs Nichtwissen über ihren internalisierten Hass gegenüber weißen. Stell dir vor, das wäre Wahnsinn, oder? Wäre das nicht irgendwas, wo man dastehen würde und einfach sagen würde, yo, hey, sag mal, was machst du die an eigentlich? Was ist denn los? Ja, oder? Druck sind. Was ist deiner Meinung nach das Problem aktuell und das Gefährliche an dieser Fremdzuschreibung Woken? Ich glaube, dass Wokeness vor allen Dingen instrumentalisiert wird von von rechtspopulistischen konservativen Lager. Das wird doch genauso von den instrumentalisiert von den Grünen. Kompostiert die Trennung, unsere Wurzeln vereinen sich. Danke, Bruder. Danke, Dosenmais, absolut. Ja, so ist es. Der Mensch muss wieder dorthin zurückgehen, dass er fucking Mensch ist. Ja, und was es darum geht, dass man sich gegenseitig mit Respekt begegnet und dass man sich gegenseitig zuhört und sich gegenseitig die Hände reicht, ja. Und nicht schon wieder anfängt, in irgendwelche Hautfarben zu trennen und irgendeinen Scheiß. Ja, absolut. Genau das. Jetzt schreibt Bill Gates ein Buch, was Erwin über Reiche nicht hören will, aber wissen sollte, kein Paar. Ja, genau. Fix, fix. Fix, ja, das ist, das ist natürlich, ja. und dann werde ich zuerst verstanden haben, dass ich eigentlich den Reichen alles Mögliche schulde und nicht sie mir oder so. Ja, Dosenmais, vielen Dank nochmal, Dankeschön. Immer, immer schön die gute Message weiter verbreiten. Ich glaube, die meisten Menschen denken so wie du, dass eigentlich wir alle zusammenfinden sollten. und danke, Papala Papas, vielen Dank. Um sozusagen ein Feindbild darzustellen, was irgendwie, gegen was man arbeiten muss und was man, was man unterbinden muss. Ich glaube, das Problem ist, dass die Leute nicht genau wissen, gegen was sie eigentlich ankämpfen, gegen was sie. Ja, ich glaube, dass nicht nur die AfD und CDU jetzt, die rechten Parteien, das ausnützen mit der Wokeness, um gegen etwas zu schießen, sondern die Grünen nützen das doch genauso aus, um zu verstecken, dass sie Waffen liefern einfach an die Saudis. Oder zum Beispiel, das, was sie da draußen, diese Waffenlieferungen an die Saudis, dass sie das als feministische Außenpolitik verkleiden. Ich meine, wer nützt Wokeness für sich aus? Komm schon. Siehst du, und das ist wieder dieses, du siehst nicht beide Seiten. Sondern man sieht einfach eine Seite und sagt dann einfach so, ja, die sind das Problem. Wokeness, ja, ist super. Aber die nützen das nur aus. Ja, ihr nützt das nicht aus, oder was? Ihr nützt das nicht aus. Ohne dieses ganze Thema der Wokeness und das Buch, was du geschrieben hast, was scheinbar auch mit dem Thema zu tun hat, wärst du gar nicht in dieser Show. Weiß ich. Eigentlich sind. Aber das können wir direkt mal, ich würde es gerne einmal ganz kurz, sorry, ich weiß, ihr habt alle ganz viel zu sagen, aber ich würde es gerne einmal konkret an dich weitergeben, Christoph. Du schreibst ja zum Beispiel auch, also du sprichst im Bundestagsreden über das Thema Wokeness auf Social Media. Du machst kein Geheimnis darauf, dass du sagst, du hast keinen Bock auf Wokeness, auf Wokeness, Wokeness, Nein, Danke. Jetzt hat Alice gerade gesagt, bei vielen Leuten weiß man gar nicht genau, gegen was sie sind. Frage an dich, wen oder was meinst du mit Wokeness, Nein, Kann ich ganz klar sagen, also die große Mehrheit in Deutschland, die wünsche ich, dass das Leistungsprinzip gilt und dass Chancengerechtigkeit da ist. Wir haben eben... Nein, alle deine reichen Kumpel wünschen sich das nicht, weil wenn das Leistungsprinzip gelten würde, wärt ihr niemals reich. Ja, weil was leistet ihr, außer zu besitzen? Das ist keine Leistung in meinen Augen. Ja, dass du einfach Eigentum hast, dann 10 Firmen und 300 Wohnungen ist jetzt nicht eine Leistung, das ist Eigentum halt. Ja, und wenn es um Leistung gehen würde, hättet ihr ja fucking gar nichts. So sieht es aus und die Arbeiter hätten extrem viel. Also ich glaube nicht, dass alle Chancengleichheit wollen, weil wenn es Chancengleichheit gäbe, dann hätten du und deine Bonzenfreunde keine Chance gegenüber den ganzen fähigen Leuten da draußen, die echte Skills haben und eigentlich was auf die Beine stellen können und die eigentlich diese gesamte Gesellschaft am Laufen halten. Also nur so viel dazu. Über Quoten diskutiert, die sorgen aus Sicht von ganz, ganz vielen Menschen für Ungerechtigkeiten und dafür, dass das Leistungsprinzip... Die einzige Quote, ich sage es noch einmal, ich habe das schon oft gesagt, ich sage es noch einmal, die einzige Quote, für die ich bin, ist eine Proletenquote. Die einzige Quote, die es gibt, ist die Quote der Arbeiter, die Quote der normalen Menschen von uns. Wir brauchen eine Quote und die Reichen genauso. Das heißt, wenn du ein Prozent Reiche hast da draußen, dann dürfen nur ein Prozent Reiche im Bundestag sitzen. Nicht mehr und nicht weniger. Jetzt im Moment sitzen lauter Reiche im Bundestag und unser einer existiert dort praktisch nicht. Das heißt, das würde ich umdrehen. Das ist eine Quote, die ich sofort umdrehen würde. nicht mehr geht. Wir sehen das in Form der Gendersprache. Wenn in Schulen, in Universitäten teilweise ein Genderzwang herrscht, dann sagt eine sehr, sehr große Mehrheit im Land, genau das wollen wir nicht. Und natürlich wünschen sich diese Menschen... Ja, und das Gleiche natürlich auch mit diesen Quoten bei Talkshows. Ich will nicht in einer Talkshow wie bei Arne Wille und Lanz und so weiter die ganze Zeit irgendwelche Reichwichser sitzen sehen. Ich will einfach das normale Volk dort sitzen sehen. Wenn du dort fünf Gäste hast, dann sind vier aus dem normalen Volk und du kannst ja noch einen Bonzen hinsetzen, den du magst. Kein Problem. Auch das ist... Oder vielleicht jede zweite, dritte Sendung, damit sich das ganz ausgeht so mit der Quote. Repräsentanten im Deutschen Bundestag und in den Parlamenten, die ihre Meinung vertreten. Wir leben ja in einer repräsentativen Demokratie und wenn in der demokratischen Mitte es keine Parteien mehr gibt, die diese Meinung vertreten und für diese Menschen ein Sprachrohr sind, dann darf man sich nicht wundern, dass an den Rändern Gegenbewegungen entstehen. Das finde ich jetzt wirklich, weil es so oft gesagt wurde, so polemisch, dass es nicht... 30 Prozent Arbeiterquote im Bundestag, 90 Prozent Arbeiterquote im Bundestag, sage ich. Mehr nach dem Leistungsprinzip geht. Wir reden hier von Unternehmen, wir reden von Parteien, die müssen erfolgreich sein. Und ich glaube nie und nimmer an eine Entwicklung, wo Unternehmenschefs oder Chefinnen sagen, ich nehme notorisch die Schwächeren aus den und den Gründen. Das passiert einfach nicht. Das wird aufgebaut als Kulisse und die Realität ist gar nicht da. Susanne. Ja, das ist das, was ich vorher gemeint habe. Das ganze System, das auf Konkurrenz aufgebaut ist, ist scheiße. Einmal Frage an dich. Wirst du gezwungen zu gendern? Weil du jetzt auch gerade das Thema gendern angesprochen hattest, Christoph. Ich werde überhaupt nicht gezwungen zu gendern. Ich kann das so machen, wie ich will. Aber du willst das komischerweise so, wie es halt dein Arbeitgeber braucht, oder? Das, finde ich, ist das beste Beispiel dafür, dass das auch so eine Fantasie ist, dass man ständig angegriffen werde, wenn man meinetwegen nicht gendert. Das ist mir noch nie passiert. Schau, von mir aus gendert, aber dann gendert auch solche Begriffe wie Verbrecher, sagt auch immer Verbrecherinnen, sagt einfach Mörderinnen, gendert auch die ganzen schlechten Begriffe, weil das tut ihr ja nie. Ja, dann können wir nochmal drüber reden. Was ich nicht mache, ist das Sternchen. Ja, genau, Vergewaltigerinnen, Terroristinnen, genau. Ich bin Journalistin und bin so drauf trainiert, Texte zu schreiben, die verständlich sind, sodass das sozusagen dieser gewisse Störfaktor mich im Schreiben noch stört. Also du siehst das gendern quasi als ein Angebot, was du nutzen kannst und für dich so nutzt, wie du es gerne nutzen möchtest. Ja, und ich finde es ein tolles, wichtiges und sinnvolles Angebot, das unsere Gesellschaft auch weiterbringt und sozusagen das Nachdenken über Geschlechter in einer Weise befördert hat, die ich sehr produktiv finde. Deswegen glaube ich generell, dass sich unser Spektrum erweitert durch die Diskussion, die wir führen und nicht einschränkt. Das würde ich gerne mal an euch weitergeben. Hattet ihr jemals mal das Gefühl, dass ihr dazu gezwungen wurdet? Absolut. Ich kann Ihnen ein Beispiel bringen. Es gab ein Medium, da habe ich einen Artikel geschrieben, einen langen Text und habe das dann eingereicht und der Text ist dann veröffentlicht worden und dann war plötzlich alles in dem Text, was ich nicht gemacht habe, gegendert. Und da habe ich gesagt, das macht dir sofort alles rückgängig, weil ich das nicht möchte. Das ist nicht meine Sprache und wenn das freiwillig wäre, toll. Aber es kann doch nicht sein, dass eine Gruppe, es waren junge Studenten, Studierende, die das dann alles geändert haben, wo ich gesagt habe, das ist verrückt, das macht dir rückgängig. Jetzt gelte ich da auch wahrscheinlich bei einem kleinen Teil der Redaktion als alter weißer Mann. Maurice, würdest du sagen, dass sowas kontraproduktiv ist? Also dass es dann zum Beispiel ein Team, bei welcher Seite auch immer, wo du diesen Text geschrieben hast, gibt, die ihm das in diesem Fall aufgedrückt hat? Ich kenne jetzt das Verhältnis von... Sag mal, gibt es da irgendwie zwei Personen? Naja, na. Hassan, zu dem Team nicht, aber grundsätzlich ist Freiwilligkeit, auch dann ein Produkt, was in der Zusammenarbeit entsteht. Wenn ich jetzt für eine Zeitung schreibe oder einen Text schreibe als Auftrag, dann muss ich natürlich, wenn ich das als Auftrag machen möchte, da sind wir wieder beim Leistungsprinzip, natürlich mich auch in einem gewissen Maße annähern an die Anforderungen an diesen Text. Und wenn wir nicht zusammenkommen, dann kommen wir nicht zusammen. Insofern ist das für mich jetzt kein Zwang, sondern das ist dann in dem Sinne ein ökonomisches oder wirtschaftliches Verhältnis, das im Zweifel nicht funktioniert. Also man erlebt bei diesem Thema Gendern eigentlich, dass es sich um eine Kulisse handelt, die aufgebaut wird, in der etwas projiziert wird, was sozusagen als Zwang kommt und dann als Beispiele, sagen wir mal, halten dann eben Erfahrungen her, wo irgendeiner mit irgendeinem zusammengearbeitet hat und gesagt hat, hier, ich will, dass du genderst, aber das ist substanziell... Ich weiß nicht, mein fucking Hirn schaltet raus, wenn der anfängt zu reden. Wenn they anfängt, wenn die alle miteinander anfangen zu reden. Es ist... ...einfach nicht vergleichbar mit einem Genderverbot, zum Beispiel, so wie wir das jetzt an den Schulen in Sachsen haben. Natürlich gibt es auch im Mathematikunterricht, eins und eins ist zwei, das lernt man und das sind Regeln. Und genauso ist im Deutschunterricht, gibt es Rechtschreibregeln. und die entwickeln Institutionen in Deutschland, der Deutsche Rechtschreibrat und natürlich sollte man an Schulen, an deutsche Rechtschreib- und Grammatikregeln sich halten. Ich bin noch nie zum Gender gezwungen worden, noch nie. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es das an vielen Stellen gibt. Ich glaube, was anderes steht hier vielmehr im Vordergrund, Stichwort Meinungsfreiheit. Ja, wir haben ja ganz viele Leute, auch jetzt in der Gesellschaft, also mehr als die Hälfte sagt... Ich habe mir das gerade angeschaut, dass they, them, auf seinem Profil, weil der hat das ja hier definiert, Kolumnist, in, Autorin, Aktivist, Aktivist? Achso, Activist. Activist, nicht Aktivist, Activist, natürlich, das ist auf Englisch, statt Rätin, also sozusagen, diese Person gendert sich selbst in dem Namen. Das heißt, hier wird einfach gegendert, weil es ist Kolumnist und Kolumnistin, Autor und Autorin, aber nur Aktivist und das Staat, Staat, Rat und Staat, Rat, Team. Aber Founder, aber natürlich Founder, das ist, das ist, also, ich traue mich nicht mehr, meine Meinung zu sagen, so wie ich, oder Dinge auszuformulieren, so wie ich sie ausformulieren möchte, oder ich mache das nur noch, ich zitiere, ganz, ganz vorsichtig. Das sind irgendwie Entwicklungen, die ich viel spannender finde, weil wer verbietet denn was, es hat dringend ja auch keine Strafe mit sich, beispielsweise, wenn ich jetzt meine Meinung sage, es gibt ja keine juristischen Belange in dem Fall, aber es kann, die Leute haben Angst vor, der ist so durch, mehr braucht man zu aktuellen Linken nicht wissen, hör auf mich zu triggern, hör auf mich zu triggern, das ist ein Grüner, das ist kein Linker, hör auf mich zu triggern. vor gesellschaftlichen Distanz, vor gesellschaftlicher Missachtung. Und ich finde, dass das etwas ist, worüber man sprechen muss. Maurice hat eine Voke-Gruppe dazu. Wenn der Student Punkteabzug bekommt, weil er nicht gendert, steht dort kein Zwang dahinter. Aber nach derselben Logik könnte der Räuber ja sagen, der Kassierer hätte mir ja das Geld nicht geben müssen, während ich ihm meine Knarre unter die Nase halte. Ja, das ist ja genau dieser Scheiß, wie mit Kapitalismus auch. So, ja, mit Kapitalismus gibt es ja keinen Zwang. Außer, dass du stirbst, wenn du kein Geld hast, weil du nicht mal was zu essen bekommst oder medizinische Versorgung oder überhaupt irgendwas. Aber es gibt keinen Zwang. Alles ist freiwillig. Ja, klar. Beigetragen? Also im ganzen Gegenteil, der Meinungskorridor in Deutschland, das kann man an allen Stellen messen, hat sich in den letzten fünf Jahren massiv vergrößert. Also es gibt heute Positionen, die in Talkshows genannt werden, werden vor zehn Jahren nicht denkbar gewesen. Also besonders im... Ja, wie zum Beispiel einfach das Waffenliefern an Saudi-Arabien feministische Außenpolitik ist fucking crazy. ...bereich der rechtsradikalen Äußerung haben wir heute... Oder zum Beispiel einfach... Wenn wir uns Online-Diskussionen angucken, haben wir immer wieder Positionen, Äußerungen, die weit über dem demokratischen Spektrum hinausstehen. Was wir aber haben, ist, wir haben eine massive Gegenreaktion. Und ich finde, die Definition von Meinungsfreiheit als eine Art, ähm, ich sag mal was, aber bitte widersprecht mich keiner oder auch nicht hart, das finde ich extrem gefährlich. Weil es nämlich... Bitte? Was hast du... ...definition von Meinungsfreiheit. Wir haben eine massive Gegenreaktion. Und ich finde, die Definition von Meinungsfreiheit als eine Art, ähm, ich sag mal was, aber bitte widersprecht mich keiner oder auch nicht hart, das finde ich extrem gefährlich. weil es nämlich... Das ist, das ist, was Activist sagen möchte, ist, wenn man etwas sagt und dann kommt ein Shitstorm und man sagt dann, hey, was soll das, ich hab doch nur meine Meinung gesagt und dann sagt man so, nein, du solltest deinen Job verlieren, du solltest einfach deine Lebensgrundlage verlieren, du solltest alles verlieren und dann sagt man, hey, was soll das, dann ist das einfach so, ja, du wärst dich gegen den Gegenwind. Hingegen aber, will sie etwas sagen und du sagst dann einfach so, hey, Moment, das ist aber nicht okay, dass ihr da sagt, oh, du bist transphob, oh, du bist gegen Minderheiten, oh, du bist ein Nazi, oh, du bist dies, du bist das. What the fuck einfach, was redest du, man? Was redest du? Es gelten doch überhaupt ganz andere Regeln für Typen, für Activists wie dich und Leute wie mich. so führt, they played they self, so ist es, danke. Dass vor allem Menschen, die sonst marginalisiert sind, die in der Öffentlichkeit nicht so viele Sprachrohre, nicht so viele Megafone haben, dass die plötzlich, wenn sie dann gegen etwas widersprechen und sich genauso herausnehmen wie der ursprüngliche Sprecher, zu sagen, ich finde das scheiße oder ich finde es rassistisch oder ich finde... Okay, ich finde dein, ich finde dein bauchfreies Ding da scheiße. Ist das okay? Das ist sexistisch. Und dabei vielleicht auch nicht immer super differenziert sind. Dass wir dann bei der Meinungsfreiheit sagen, naja... Vor allem sie hat genau das Gleiche, aber nur oben. Er hat's unten, na, they hat's unten und sie hat's oben. Schau dir das an. Moment. Du beschränkst jetzt die Meinungsfreiheit hier. Und das hat mit Meinungsfreiheit in dem freiheitlich-liberalen Sinne nichts zu tun. Zur Meinungsfreiheit gehört Widerspruch und zwar laut. Und im Zweifelsfall auch genauso laut. Weil da so ein falscher Eindruck erweckt wird. Die, die das Meinungsklima... Es geht hier um ein Meinungsklima. Es geht nicht darum, ob man seine Meinung sagen kann. Also natürlich, nach dem Grundgesetz kann jeder jederzeit seine Meinung sagen. Aber es geht um ein Klima der Angst. Das ist ja das, was die Caroline Bosbach auch eben gesagt hat. Und es gibt ja ganz repräsentative Studien, wie die Allensbach-Studie, die seit den 1990er Jahren das Meinungsklima in Deutschland untersuchen. Und wir hatten noch in den 90er Jahren Zahlen, dass weniger als 10% in Deutschland gesagt haben, ich kann meine Meinung nicht überall frei äußern. Jetzt sind wir bei fast 50%, die nach diesen Allensbach-Studien sagen, ich traue mich nicht immer, meine Meinung zu sagen, weil ich entweder in die rechte Ecke oder in eine andere Ecke gestellt werde. Und deswegen sage ich das nicht, denke aber natürlich weiter so. Und irgendwann entlädt sich das in Form von Wahlergebnissen oder Umfragen, die wir jetzt sehen. Wenn wir über die aktuelle politische Stimmung, über die Debattenkultur, um diese Umfragewerte, auch von Parteien, die... Hat er sich gerade bedankt, dass die Vokies die CDU stark machen? ...nicht keinen Bock auf Demokratie haben, wenn wir darüber sprechen. Er soll sich mal fragen, ob sich vor 20 Jahren die Leute eher getraut haben, zu sagen, was sie denken als heute. Der Typ ist doch totalitär durch und durch. Das macht mir schon Angst. Ich glaube nicht, totalitär weiß ich jetzt nicht. Aber das ist irgendwie so, glaube ich, so jemand, der bei den Grünen eine Karriere machen möchte. Und da muss man das Richtige sagen und das Richtige denken an der richtigen Stelle und so weiter, weißt du? Woher kommt diese Angst und diese Wut und was können wir dagegen tun, dass wir mal in die Zukunft schauen? Mir ist das gerade bei deiner Aussage aufgefallen, dass ich mich in einer Hinsicht gar nicht korrigieren will, sondern etwas ergänzen möchte. Ich habe jetzt gesagt, wir geben doch gar nichts auf. Wir erweitern das Spektrum. Das stimmt natürlich insofern nicht, als tatsächlich eine bestimmte, große Gruppe, die Mehrheit, nicht mehr so kritiklos dasteht. Und es ist, dass das Verunsicherung auslöst. Es ist keine Kritik, Leuten zu unterstellen, dass sie Nazis sind. Es ist keine Kritik, Leuten zu unterstellen, dass sie einfach irgendwen hassen, den sie überhaupt nicht hassen. Es ist keine Kritik, jemanden einfach Putin-Versteher, Kreml-Propagandist oder Ähnliches zu nennen. Das ist keine Kritik. Das ist Diffamierung. Das ist keine Kritik. Das ist Rufmord mit Anlauf. Das ist keine fucking Kritik. Dass gerade ihr, die ihr in der Politik tätig seid, das gespiegelt bekommt, das verstehe ich. Es gibt keine Kritik. Es gibt keine Kritik. Und das meine ich, von rechts wie von, also von Pseudo-Rechts wie von Pseudo-Links. Es gibt keine Kritik. Es gibt nur Ablenkung, Brunnenvergiftung, so Strohmann-Argumente und so ein Scheiß. Und das wird die ganze Zeit da herumgespielt. Kaum sagst du irgendetwas, schau dir den an. Der Pseudo-Linke wird ja sagen, das ist ein verschwörungsleugnen, der Nazi. Und der Rechte wird ja einfach sagen, das ist ein links-grün-versiffter Woki. Aber niemand wird einfach auf die fucking Inhalte eingehen. Niemand wird sich einfach wirklich überlegen, stimmt das alles? Ist das so? Und dann nicht die verunsicherten Leute, die es gibt, und die Verunsicherung verstehe ich auch, eher positiv bestärken. Warum ist das so? Naja, das ist deswegen so, weil die Leute so aufgehetzt werden und in eigenen Bubbles sich gefunden haben. Die Gesellschaft einfach gespalten ist in zwei Bubbles und deine Bubbles klopft dir auf die Schulter, wenn du die anderen fertig machst. Es geht nicht darum, dass du was dazu lernst. Es geht nicht darum, dass die anderen was dazu lernen. Es geht einfach darum, mach die anderen fertig. Und so wird hin und her geschossen. Und beide Seiten lügen. Keiner hält sich an die Wahrheit. Es geht überhaupt nicht, was wahr und falsch ist. Es geht einfach nur noch darum, wie man den anderen anlügt und wie man sonst irgendwo hingeht. Und so weiter und so fort. Und okay, ja, kann man machen, aber man sollte sich dessen bewusst sein. Sollte man sich dessen bewusst sein. Positives Ziel zeigen und sagen, wir können ganz viel lernen, was der ganzen Gesellschaft letztlich hilft und nicht sozusagen in dieses negative, depressive mit einstimmen und zu sagen, es ist ganz schrecklich und ihr werdet da von kleinen Gruppen bedroht, was ja faktisch gar nicht so sehr der Fall ist. Das ist tatsächlich, das ist tatsächlich eine politische Strategie, die ein politischer Akteur fährt, nämlich die AfD und ihre politischen Konsorten gehen in diese Debatte rein und sagen, passt mal auf, jede Debatte, jeder Versuch, irgendwie über Gerechtigkeit, über Rassismus zu reden, die nehmen euch euren Status quo weg, eure Identität. Das ist die politische Erzählung, das politische Angebot, das die AfD macht und das hat damit zu tun, dass diese Grunderfahrung, wenn eine Mehrheitsgesellschaft, egal ob wir jetzt über Quoten reden oder warum immer, wenn diese Mehrheitsgesellschaft punktuell erfährt, dass Machtverhältnisse sich verschieben, dann bedeutet das natürlich zwangsläufig, dass kollektiv man Macht abgibt, weil es gibt eine begrenzte Menge in einer Macht. Da würde ich gerne einmal kurz bleiben. Was ist denn dann die Konsequenz, wenn wir bei der Mehrheitsgesellschaft bleiben? Du sprichst gerade von Macht abgeben. Was glaubst du, Hasnain, was ist der Grund, warum Menschen Angst haben und wütend sind? Oder was wünschen die sich? Wollen die einfach, dass alles so bleibt, wie es schon immer war? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, ich bin in den vergangenen Tagen und Wochen sehr viel durch Deutschland gereist mit dem Fahrrad und habe viel mit Leuten gesprochen. Und ich glaube, dass viele Menschen bereit sind, Veränderungen hinzunehmen. Ich glaube auch, dass viele Menschen bereit sind, daran zu arbeiten, dass Diskriminierung abgebaut wird. Aber sehr viele Menschen haben, und das spiegeln ja all die Umfragen, die Caro genannt hat, die Christoph genannt hat, wieder, sehr viele Menschen haben das Gefühl, das wird über ihre Köpfe hinweg gemacht. Da entscheidet... Ja, Linke wollen keine Machtverhältnisse verschieben, sie wollen sie abbauen. Sehr wichtig. Eine kleine Gruppe in Berlin und in den Großstädten, über das hinweg und in der Kommunikation läuft so viel schief. Ja, ja, die AfD lässt Leute wie Maurice reden und die Leute kommen von alleine zur AfD. Absolut, absolut. Muss sich ändern von der, ich weiß, ihr seid nicht die woke Gruppe, aber von der vermeintlich woken Seite in der Kommunikation. Also es ist schon klar, dass diese Angst, die Meinung zu sagen, auf jeden Fall vom nicht-woken Lager kommt. Ist das so? Dass man als woke Person frei die Meinung sagen kann und dann keine Angst haben muss, aber die woke machen einen fertig. Na, 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 na. Die woke haben am meisten fucking Schiss zu sagen, was sie denken und zwar wegen ihren eigenen Freunden und Verbündeten. Ja, Freunden. Also von der eigenen Bubble und von der eigenen Seite haben sie Schiss zu sagen, was sie wirklich denken. Deswegen halten sie sich ja so peinlich genau an das, was sie sagen dürfen. Deswegen gibt es ja diese Regeln, wo man researcht, wo dann einfach solche Leute Erinnert mich ein bisschen an die katholische Kirche, wo die Leute so einfach herumgehen und sagen, das darfst du nicht sagen, sonst wird man dir unterstellen, dass du mit dem Teufel im Bunde bist. Sag das nicht, ich weiss, du hast das jetzt gesagt, aber sag das nicht mehr, das ist doch Wahnsinn. Und dann hast du solche Regelbücher, was man sagen darf, was man nicht sagen darf. Wenn Anies einen Brot so warm macht, ist das eine Opferrolle. Ich weiss nicht, welche du meinst. Meinst du die, die im Urlaub ist? Oder von welcher sprichst du? Die ist das schon die... Warte, spar dir die Witze, spar dir die Witze. Oder weisst du die? Achso, die heißt Alice. Achso, die heißt Alice. Okay. Aha, 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 aha. Siehst du, sie hat den gleichen Namen wie die Vorsitzende von der AfD. Also, was sagt uns das? Die Haltung. Weil ich finde nämlich, gerade diskutieren wir das so. Als ob die Leute ihre Meinung, die Angst haben, die in der Schule... Schau, du musst dir das ein bisschen überlegen, ja. Wie funktioniert das ja zum Beispiel auf solchen Plattformen? Wie Twitch und so weiter und so. Ja, YouTube oder so. Es gibt einfach Dinge, die darfst du nicht sagen. Schau dir mal, der Skuller, es wurde ja gebannt, weil er einfach gesagt hat, es gibt zwei Geschlechter. Wurde einfach gebannt. Also, man weiß nicht, ob es deswegen ist. Vielleicht ist es deswegen, vielleicht gibt es andere Gründe, die man weiß, was es so richtig ist. Aber im Endeffekt hat es wahrscheinlich irgendwas damit zu tun. Das heißt, es gibt sehr wohl solche Dinge, weil man sagt dann einfach so, ja, weil das einfach menschenverachtend ist. Was ist bitte menschenverachtend daran? Das ist doch verrückt, zu sagen, dass das menschenverachtend ist. Ja. Ich würde dir irgendwie sagen, sie haben Angst, ihre Meinung zu sagen. Vor allen Dingen die Formierung von der Woken-Seite befürchten. Wenn, ich glaube, dass das überhaupt nicht stimmt. Ich könnte auch sagen, ich habe Angst, meine Meinung zu sagen in jeder Situation, weil das gefährlich werden kann. Ich kenne... Ja, aber von wem hast du Angst? Da hast du Angst, von wem? Menschen, die man auch als Vogue bezeichnen würde, die Übergriffe erlebt haben, ja, wo massiv in die Privatsphäre eingedrungen wurde. Von wem? Wer hat das gemacht? Von wem? Die wirklich bedroht worden sind. Das ist jetzt nicht... Durch wem? Diese Sache von, welche Konsequenzen drohen Personen, die ihre Meinung sagen, in welche Richtung, finde ich hier schon mal extrem verzerrt. Hast du, das ist etwas, was du nachvollziehen kannst? Ich kann das schon nachvollziehen, dass Leute sagen, sie trauen sich bestimmte Dinge nicht auszusprechen. Man sieht das auch an Politikern, wenn sie Probleme ansprechen. Aber kannst du Alice Punkt nachvollziehen, dass es nicht nur von der einen Seite... Es gibt ja sogar ein paar Regeln, die ihr, was ihr nicht sagen dürft im Chat. Hat der schon mal mit AfD-Wählen geredet? Als ob die sich die Machtfrage stellen. Die haben Angst, ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen zu können und in Konfikte gezogen zu werden, mit denen sie nichts zu tun haben wollen. Was sind die Lösungen, die diese Woken vorschlagen? Hört auf Zigeunerschnitzel zu sagen. Das ist die beste Werbung für die AfD. Ja, eh, das ist ja, die haben sich entkoppelt von diesen Sachen, weil du kannst ja nicht mehr die echte Macht angreifen, also greifst du die Pseudomacht an. Dann sagst du irgendwie so, ja, ich bin links, also kümmere ich mich darum, dass bestimmte Wörter nicht mehr verwendet werden dürfen und das ist mein Kampf gegen die Privilegierten. Aber die echten Privilegierten, nämlich die Reichen. Über die wird nicht geredet. Mit denen arbeitest du zusammen, damit du an der Macht bleiben kannst. Ja, für die arbeitest du. Und im Endeffekt, das ist alles ganz einfach. Aber der Punkt ist, es gibt auch gewisse Wörter, die auch hier im Chat nicht schreiben dürft, die wir löschen müssen. Ja, weil das sonst den Kanal gefährdet, wenn ihr diese Wörter schreibt. Ja, und dann werden manche Nachrichten gelöscht und dann kommen Leute und sagen einfach so, hey, warum werden meine Nachrichten gelöscht? Naja, deswegen, weil sie einfach nicht erlaubt sind und wir müssen moderieren. Ja, aber der Punkt ist, ja, eigentlich, wenn es nach mir geht, würde ich die Sachen nicht löschen. Weißt du? Ich würde die Sachen nicht löschen, weil es mir scheißegal ist. Es ist deine fucking Meinung. Sag sie, es ist dein fucking Problem. Aber ich als Kanalbetreiber muss mich darum kümmern, was ihr redet. Und ich hasse das. Aber manchmal muss es sein. Es ist halt leider so. Ich meine, es gibt Dinge, die ich löschen würde. Es gibt Dinge, die ich löschen würde, auch wenn es erlaubt wäre. Weil es gibt gewisse Dinge, die beleidigend sind. Es gibt gewisse Dinge, die überschreiten einfach gewisse Grenzen. Und da würde ich eingreifen. Aber sonst würde ich fast nichts löschen, was Meinungen darstellt. Zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du in den Chat kommst und anfängst, Leute im Chat einfach Huren zu nennen. Wenn du reinkommst und anfängst irgendwie zu schreiben, dass alle Slaven minderwertige Wesen sind. Wenn du, keine Ahnung, solche Sachen würde ich auch selber löschen. Dafür würde ich auch Leute bennen dann. Also, keine Ahnung. Es gibt gewisse Dinge, wo ich sage, na, das hat keinen Platz. Wenn jemand kommen würde und dann einfach so Holocaust leugnen würde oder sowas, würde ich löschen und bennen. Wenn jemand reinkommen würde und sagen würde, die Juden sind an allem schuld oder irgendwas ähnliches. Wenn sie sowas sagen würden, würde ich bennen und würde ich löschen. Weil sowas will ich nicht im Diskurs haben. Das ist offensichtlich verkehrt und nicht in Ordnung. Das habe ich auch nicht. Also, ich würde das auch nicht behaupten. Also, da stimme ich hier zu. Aber ich glaube, es passieren ganz offensichtlich Fehler. Also, ja. Mal von unserer Seite, wenn man das... Also, sobald irgendwelche Dinge da sind, die irgendwie gesetzlich nicht erlaubt sind oder die irgendwie beleidigend sind gegenüber anderen, hat das dann nichts verloren. Oder Doxing wie Adressen etc. Ja. Habe ich auch schon Leute dafür gebannt, wo sie Telefonnummern gepostet haben oder Ähnliches. Ja, ja. Ja, genau. Kontakt schuld auf vier Monate. Sehr geehrter Erwin, vielen herzlichen Dank für deinen äußerst informativen Content. Du sagst und machst, was du für richtig hältst. Egal wie groß der Hate ist. So sehr der Sturm auch toben mag, einen Berg wird er nie bezwingen. Ich sende dir ganz viel Kraft und größe den Chat und meine Mom. Warum die Grünen rechts sind, habe ich nicht verstanden. Sie liefern dann ist man doch nicht gleich rechts, wenn man es zur Verteidigung tut. Naja, wogegen verteidigt sich Saudi-Arabien, denen sie Waffen liefern zum Beispiel. Ja, ja. Sie sind ja auch prokapitalistisch. Sie sind ja auch, arbeiten im Interesse der Reichen und so weiter und so fort. Arbeiten nicht im Interesse der Armen und ja, Leuten, die eigentlich ihre Hilfe brauchen. Deswegen. Aber Dankeschön für vier Monate Blind Date. Dankeschön. Ich bin darauf angewiesen, dass mir ganz viele Leute helfen, die ich nicht kannte. Das waren mehrheitlich Leute, die seit ein paar Jahren erst in Deutschland sind. Es sind alles Leute gewesen, die meinen Beruf nicht haben, nicht zu meiner Welt gehören. Und da war ich letztlich froh, befähigt worden zu sein, schnell darüber nachzudenken, wie sprechen wir miteinander, dass ich nicht aus Versehen verletze. Dass es darum geht. Und das ist eine Freundlichkeit. Dass das dann schon lieber absichtlich verletzt wird. Oder lass es uns Anstand nennen oder so. Meine größte Angst ist, dass ich Leute unabsichtlich verletze. Ich möchte Menschen schon sehr absichtlich verletzen. Alles andere. Wirklich in jeder normalen Situation, in jeder Kleinstadt, in jedem Dorf, in Situationen, wo wir aufeinander angewiesen sind, hilft. Darum geht es. Es geht um eine Normalität und eine Sensibilität. Wenn das von allen Seiten käme. Tolles Beispiel, dass man weiß, wie man anständig mit denen redet und so, dass man sie nicht verletzt. Das heißt aber auch, dass wir eben nicht herumgehen und sagen, die Polizei ist rechtsextrem. Die Bundeswehr ist rechtsextrem. Und das kommt ja auch. Und das ist halt ein Problem. Ich war selber bei der Bundeswehr, deswegen heißt es immer auch da, der steht da in deren Lager und so weiter. Nein, tue ich nicht. Ich bin sehr, sehr... Wieso wir zum Beispiel nicht, wenn wir jetzt so über solche Sachen reden, wenn jemand sagt, du darfst keine Dreads haben, weil du bist weiß, wieso ist das nicht Rassismus eigentlich und so weiter und so fort. Warum reden wir nicht über solche Dinge? Können wir auch über diese Dinge reden? Ist das normale Unterhaltung? Oder kommen dann irgendwelche bauchfrei tragenden Leute angelaufen und fangen an, dich einfach Nazi zu nennen? Kritisch, was rechtsextreme Strukturen in der Bundeswehr angeht. Aber trotzdem kann man die doch nicht über einen Kamm schärmen. Und wenn ich dann sehe, dass Leute AKAP, All Cops are Bastards, an die Wand sprühen und Leute das feiern, denke ich, wie kann man das tun? Ich möchte in keinem Staat leben, in dem es keine vernünftige, funktionierende Polizei gibt. Fast auf deiner Seite. Es gibt ein wahnsinnig konkretes Beispiel. Es gibt eine Polizei, ich glaube Dozentin an der Hochschule in Köln gewesen, die hat einen Tweet abgesetzt. Dem hat sie geschrieben, sie hat Angst vor, ich versuche das jetzt wortleutig zu zitieren, vor dem braunen Dreck in der deutschen Polizei. Und sie wurde dafür, das ist eine Meinungsäußerung ja erstmal, wurde sie dafür massiv von allen möglichen Seiten angegriffen. Sie hat zu Recht. Sie dürfen das überhaupt nicht zu Recht. Aber wenn man das sprachlich auflöst, was sie gesagt hat, hat sie gesagt. Ich bin für Meinungsfreiheit. Außer, außer die andere Seite sagt ihre Meinung. Das ist, das ist, das ist einfach, die sind einfach, die sind einfach, es ist Pseudolinkes im Pseudorechte. Das ist genau der Punkt. Nein, das ist eine ganz normale Meinungsäußerung. Und sie hat in jeglicher, jeglicher Kommunikation darüber ganz klargestellt, dass sie nicht den braunen Dreck als Teilmenge, der grundlegende Mengenlehre, nicht besaubt, das ist die gesamte Polizei, sondern sie hat Angst vor dieser Teilmenge. Wenn man das schon erklären muss, ist es ein Problem. Das meine ich mit schlechter Kommunikation. Aber wenn wir darüber reden, dass wir Meinungsfreiheit irgendwie wollen und dass wir uns mehr zuhören wollen, dann können wir doch nicht auf der anderen Seite genau diese Verkürzungen wieder in die Aussagen hineininterpretieren. Und ich finde es ganz problematisch, dass eben schon wieder sozusagen die Politik, die irgendwie Diversität macht oder die Vogue ist, dass die ausgespielt wird gegen den Ukraine-Krieg oder andere Dinge. Die Politik hat die Verantwortung, sich um Minderheiten zu kümmern und um politische Probleme wie wirtschaftliche Probleme. Und es geht doch nicht darum, ob es Minderheitenschutz gibt. Und dafür sind wir alle, es geht darum, ob Minderheiten eine Mehrheit dominieren in Deutschland. Da muss ich wirklich mal einschreiten, weil es geht wirklich darum. Nein, nein, ich finde es auch nicht in Ordnung, dass man brauner Dreck zu jemandem sagt. Das finde ich auch nicht in Ordnung. Ich meine, das überschreitet einfach alle Grenzen. Finde ich auch nicht in Ordnung. Das ist einfach Beleidigung. Aber ich finde das einfach so lustig, wie man so irgendwie, es ist aber eine schwierige Frage, wie weit geht eigentlich Meinungsfreiheit? Was ist eigentlich Meinungsfreiheit? Was darf eine Meinung, was darf sie nicht und welche Konsequenzen gibt es? Ich finde nicht, dass es für eine geäußerte Meinung, wenn es wirklich eine Meinung ist, die gesetzlich gedeckt ist, dass es da Repressalien dafür geben sollte. Wenn es Repressalien für Meinungen gibt, dann haben wir keine Meinungsfreiheit. So einfach ist das. Und ich finde, das sollte man schon sagen, solange es nicht strafbar ist, solange es nicht gegen Gesetze verstößt oder solange es nicht irgendwie beleidigend ist, sollte man das sagen können. Und brauner Dreck ist schon beleidigend. Ist schon beleidigend. Danke, Niklas, für den Fünfer. Dankeschön. Warum, ob Minderheiten in Deutschland die großen Mehrheiten dominieren? Und das ist das Gefühl, was im Moment viele haben. Aber das ist doch nicht das Gefühl, kein Fakt. Das ist ja, aber was soll man gegen Gefühle machen? Weil das ist ja dieses, einerseits greifen die Pseudorechten den Staat an, indem sie einfach alles privatisieren möchten. Indem sie einfach die ganze Zeit sagen, der Staat voll ineffizient, voll der Scheißstaat ist einfach das ganze Problem, diesen Markt raushalten, dem, 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 dem. Aber sie finden den Staat als autoritäres Wesen gut. Nämlich so, der Staat ist gut, wenn er andere verprügeln tut. Jetzt kommen aber die Pseudolinken und erledigen den Staat von anderer Seite. Die sagen dann einfach so, ja, alle Polizisten sind Rassisten, der Staat ist ein Unrechtssystem und bla bla bla. Und so hast du eigentlich sichergestellt von Seite des Kapitalismus, dass beide Seiten eigentlich den Staat hassen. So schaut ja die Antifan und hin und her. Das heißt, beide hassen eigentlich den Staat und spielen damit in die Hände der Kapitalisten. Ja, und ja, nehmen uns eigentlich in Wirklichkeit auf Dauer die Macht weg, weil man dann sagen will, na gut, da privatisieren wir die Polizei. Na gut, dann schaffen wir diese Institution ab, jene Institution, kürzen wir da das Budget, kürzen wir dort das Budget. Es ist halt, wie gesagt, im Klassenkampf von oben sind Pseudorechte, Pseudolinke gleichermaßen nützlich für unsere Unterwerfung. Ich will ja nicht leugnen, das sollte ich das so sehen, aber dann sollte man doch, wenn man das gemeinsam Interesse teilt, das war ja der Konsens, den wir am Anfang hatten, dass wir grundsätzlich diese Diskriminierung bekämpfen wollen, dann sollte man doch in diesem gemeinsamen Interesse vielleicht diesem Gefühl auch mit selbstbewusster Erklärung entgegenziehen. In der Politik ist nicht nur... Und deswegen, Maurice, dein Punkt ist klar geworden, sorry, er ist wirklich klar geworden, deswegen muss ich dich an der Stelle kurz unterbrechen. Ich glaube, was der... So ein Quatschkopf, dass selbst die Moderatorin sagt, okay, ich mute dich. Es reicht's. Deutlich geworden, was in dieser Diskussion ist, ihr werdet euch nicht wirklich einig und das ist okay, in dem Sinne okay, dass es eine aktuelle gesellschaftliche Situation, die wir haben, widerspiegelt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir hier gerade sprechen, dass es für euch anstrengend, dass es für euch anstrengend. Ich würde aber gerne nochmal einen allerletzten Versuch starten. Und zwar, was ich beobachte, ist, dass beide Seiten das Gefühl haben, es gibt diese Pauschalisierung. Und wir müssen in einer Demokratie und natürlich auch bei 13 Fragen aushalten, dass sich Menschen nicht zu 100 Prozent einig darüber werden, was genau passieren muss, damit unsere Gesellschaft gerechter wird. Ja, aber die anderen muss man einfach einsperren und dann muss man einfach dafür sorgen, dass sie nie wieder irgendwas sagen. Am besten, sie verlieren einfach alles, was sie haben und dann können sie gar nichts mehr. Und ja, dann haben sie nicht mehr diese Meinungen, oder? Sie akzeptieren einfach unsere Meinung, nehmen alle unsere Meinungen an und wiederholen sie so, wie wir sie vorgegeben haben. Dazu kommt, dass wir eben auch noch alle was anderes darunter verstehen, was Gerechtigkeit für uns… Wer von den sechs ist für dich am basiertesten? Wer hat am wenigsten geredet? Naja, so am meisten war dieser Kasim, dieser Hassnein, war mir noch der Sympathischste irgendwie, aber die Moderatorin, die Moderatorin ist super. Überhaupt ist und dennoch frage ich mich, ob ihr euch alle auf eine Sache einigen könnt. Und zwar könnt ihr euch darauf einigen, dass jeder kam gegen, in Anführungszeichen, Vogue und natürlich auch gegen, in Anführungszeichen, Anti-Vogue völlig sinnlos ist, weil es diese homogenen Lager eben so gar nicht gibt. Und lasst uns also einen ersten Schritt machen, indem wir auf diesen Begriff als Kampfbegriff verzichten und uns zum Ziel machen, diese Lagerbildung erstmal grundsätzlich abzubauen, in der Mitte unserer Gesellschaft eben zu vermeiden, dass wir diese Lagerbildung weiter stabilisieren. Ja, ich weiß nicht genau. Ich glaube, jetzt sind sie sich einig. Jetzt sind sie sich alle einig. Nein, 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 Bro. Also, die einen auf der grünen Seite so, Bro, wir können doch nicht einfach Wohlkauf geben, wir schmücken uns den ganzen Tag damit. Wir brauchen das einfach, damit wir darstellen, dass wir gute Menschen sind. Und auf der anderen Seite so, ey, Bro, wir brauchen einfach den Begriff, weil sonst können wir einfach nicht die ganze Diskussion umlenken von den Reichen auf irgendwelche Gender-Formen in der Sprache, irgendwelche fiktiven Bullshit. Kuscheltimer, genau. Alle sollten sich am Ende der Sendung, sollten sich alle umarmen und kurz so für zehn Minuten in den Händen halten, ja, um zu sehen, was das mit ihnen macht. Ja, aber nichts reden, nichts reden, nichts reden. Woke als Kampfbegriff, Hale Ushirioka, so ist es. Dual Show, danke schön. Es geht nicht nur um das Wort, sondern es geht ja um all das, was damit zusammenhängt, nicht was da drin steckt. Es geht um Lagerbildung, also das Ziel ist ja, dass wir zur Sache kommen und es eben weniger darum geht, Lager gegen Lager, sondern was wollen wir eigentlich, oder? Das hast du ja vorhin gesagt. Das ist gut, das ist gut, dem stimme ich zu, dem stimme ich zu, aber das werden die beiden nicht wollen, weil sie sich viel zu ähnlich sind. Dann wiederum, also ich werde jetzt gar nicht den Begriff Lager verwenden, den mache ich mir nicht zu eigen, aber es gibt natürlich im Land... Bubble wäre zum Beispiel ein gutes Wort. Viele, die wollen das, also die wollen deutsche Rechtschreibregeln, die wollen Chancengerechtigkeit, dann gibt es die anderen, die sagen, nee, wir wollen lieber Gendersprache und andere Punkte. So, und das findet sich dann in den Formen manchmal wieder Vokeness oder Anti-Vokeness. Oder Sekte. Aber das finde ich jetzt nicht schlimm, weil es ist ja ein etablierter Begriff, den auch viele verwenden und damit wird auch das Grundproblem ja nicht gelöst. Alice, du hast gerade gehadert, warum? Ich glaube auch, dass... Sag ich ja, die wollen sich nicht einigen. Die wollen nicht, dass man einfach ganz normal miteinander redet und sagt, okay, wir lassen das scheiß Streaming und der ganzen Bullshit. Im Grunde genommen bei Vokeness und Anti-Vokeness immer noch Bestrebungen zu einer gerechteren Gesellschaft versus Bestrebungen zu einer hierarchisierten Gesellschaft immer noch das Grundproblem sind. Und das ist deshalb, glaube ich, dass man das nicht mit Vokeness und Anti-Vokeness einfach, weil es zu fluffige Begriffe sind, das aufzulösen, glaube ich, löst nicht das Problem. Es geht natürlich nicht darum, das dadurch automatisch aufzulösen, auch an dich nochmal, sondern dass man einen ersten Schritt geht und überhaupt erst mal hinterfragt, was machen wir hier gerade überhaupt? Alle hassen Sie gerade überhaupt. In der Art, wie wir aktuell Debatten führen. Ich finde ihn auch verbrannt, wie Cancel Culture verbrannt ist, nutze ich auch nicht. Sehr gut, war nur ein Vorschlag von mir, deswegen ist die Kompromissrunde jetzt eure und dann diskutieren wir die nochmal aus. Und vielleicht habt ihr ja auch einen Kompromissvorschlag. Von dem ihr sagen würdet, der muss jetzt hier auf dem Feld genannt werden, dann schreibt ihn doch gerne mal in die Kommentare. Die lachen gerade alle über dieses Shirt von Maurice. Ich sag's euch. Schau, schau, die unterhalten sich darüber, wie los das ist. Die eine Person sagt einfach so, ey, der weiß einfach nicht, wie man richtig wäscht. Der hat das einfach zu heiß gewaschen. Die andere sagt, nein, der will das so. Du hast ihn gerade misgendert. Was ist euer Kompromiss? Was schlagt ihr vor? Wir wollen eine Politik, die selbstbewusst darin ist, sich auf Basis des Grundgesetzes der Verfassung darauf zu berufen, dass sie Minderheiten schützt. Und dass sie dafür Politik macht. Und auch bereit ist, wenn das vielleicht in einer Stimmungsumfrage noch nicht verstanden ist. Und das gibt's nicht, oder was? Das existiert nicht. Und vom Gesetz sind nicht Leute gleich aufgrund anderes Geschlechts. Das zu erklären, weil wir glauben, das ist eine der zentralen Aufgaben der Politik. Außerdem möchten wir gerne eine politische Stimmung, die statt einer Konkurrenz zwischen... Und ansonsten hätten wir gerne das Jennifer Lawrence. ...wichtigen politischen Themen, eine Konkurrenzstimmung aufbaut, lieber eine Yes-End-Politik macht. Also, dass man nicht sagt, entweder gibt es den Schutz von Minderheiten oder es gibt eine Politik, wo die meisten ein Interesse dran haben. Sondern es geht um beides. Aber... Das ist ein guter Kompromiss, oder? Genau. Dagegen hat, glaube ich, keiner was. Da gehe ich gerne ein, zwei Schritte voran. Ja, siehst du. Caro, hast du ihn? Ihr auch? Zu Yes-End? Yes-End ist immer gut. Na gut, wir gucken mal, was ihr vorschlagt. Was ist euer Kompromissvorschlag? Ich glaube tatsächlich, mehr und besser miteinander reden. Ich finde es gut, also vor allen Dingen, wenn man schon für sich selber im Kopf... Das ist ja, die tun ja nur so, wenn man sagt, besser und mehr miteinander reden. Hey, bei der ersten Diskussion, wo es einfach nur um Inhalte geht und du einfach irgendeinen Punkt bringst, werden sie dir sagen, das ist menschenverachtend, was du sagst, obwohl es das nicht ist. Sondern sie haben einfach keine Argumente. Sich klar macht, der andere ist nicht unbedingt der Feind. Und man kann auch mit dem ein Bier trinken zusammen. Ja, und selbst wenn jemand sagt, er gendert und... Er will Bier trinken mit Faschers. Nicht gendert ist irgendwie, keine Ahnung, gehört nicht zu uns. Man sollte einfach versuchen, ein konstruktives Miteinander zu suchen. Und das, was Caro sagte, dieser Punkt, dass wir dann auch akzeptieren, der andere hat halt eine andere Meinung. Und das auch gelten lässt, ohne jemanden sozusagen... Menschenfeindlichkeit ist keine Meinung. ...abzustempeln, in eine Ecke zu stellen, das ist, glaube ich, das meiste, was wir erreichen können. Mehr, glaube ich, geht nicht. Vielen Dank euch für die Diskussion. Aber das würden Sie jederzeit sagen. Das würden Sie jederzeit sagen. Wilhöcke Bier, genau. Richtig, richtig, richtig. Das ist eine wichtige Frage. Wilhöcke Bier. Ich weiß es nicht. Es ist most likely. Most likely. Was ich vermisst habe, waren tatsächliche Lösungsvorschläge und nicht nur die Kritik an Lösungsvorschlägen, die es vielleicht schon gibt. Wenn wir von Rassismus oder Queerfeindlichkeit... Schau, Lösungsvorschlag ist, nicht einfach anderen Shit-Vorwerfen, denen du nicht beweisen kannst. Wie zum Beispiel, dass sie irgendwas phob sind. Oder dass sie irgendwas sind, was du glaubst, was sie sind, was sie vielleicht nicht sind. Vielleicht Leuten nicht so viele Dog-Whistles unterstellen. Solche Sachen. Das wäre schon mal ein guter Anfang. Weißt du? Oder jeglicher anderer Diskriminierungssexismus sprechen. Dann sprechen wir letztendlich davon, dass manche Menschen aufgrund dem, wer sie sind, eher sterben, eher in Armut leben, einfach gefährdeter sind, weniger Sicherheit haben. Und dass das, was ist, wo man gegen angehen muss... Ja genau, was ich vermisst habe, ist vollkommene Zustimmung zu meiner Meinung. Natürlich sowas wie Streits um Gendern oder Triggerwarnungen dagegen sehr banal scheinen. Ich fand richtig gut, dass wir von vornherein uns, glaube ich, über die Diagnose des Problems, nämlich Ungerechtigkeit, Diskriminierung, Diagnose, Psychose einig sind. Aber es geht dann, finde ich, schon sehr schnell auseinander. Das sieht man auch jetzt hier an unseren beiden Antworten. Für mich ist all das, was diskutiert wird, das Gendern und so weiter, nicht banal. Sondern das sind echte Probleme, die dazu führen, dass ganz viele Menschen das Gefühl haben, dass übere Köpfe hinweg Entscheidungen getroffen werden und Dinge gemacht werden und dass sie gar nicht gehört werden. Aber es stimmt, und da stimme ich alles zu, Lösungsvorschläge habe ich auch nicht für all diese Dinge. Lösungsvorschlag ist einfach, lass Menschen ihre Meinung sagen, ohne dass du ihnen sofort unterstellst, etwas zu sein, was du nicht beweisen kannst. Fertig. Wie man Diskriminierung konkret abbaut, ich finde nur so, wie es jetzt passiert, nämlich Ungerechtigkeiten mit Ungerechtigkeiten und Diskriminierung mit neuen Diskriminierungen zu bekämpfen, das ist falsch. Und wenn ihr weiter und mitdiskutieren wollt, dann macht das gerne in den Kommentaren. Hier könnt ihr auch gerne den Kanal abonnieren. Liebe an Bubble, könnt ihr mich bitte nochmal einladen zu euch? Letztes Mal ist eure Nachricht in meinen Spam-Ordner gekommen. Könnt ihr mich bitte wieder einladen? Ich würde echt gerne bei euch vorbeikommen. Und mal mitreden. Am besten, wenn Maurice auch da ist. Das wäre natürlich am allerschönsten. Das würde mich am meisten freuen. Ich bin ein Riesenfan. Und ja, das wäre gut.